John, Marce Cicic, Tanz. Mega cool, dich hier im Studio zu haben. Joisch, ist cool hier zu sein, ja. Yes, du bist noch nicht so lange Läufer, also eigentlich Ultramarathonläufer, aber schon relativ schnell jetzt erfolgreich geworden. Und ja, ich freue mich mega, mit dir über einige dieser Themen jetzt zu sprechen. Vielleicht ganz zu Beginn, wie wurde das Feuer in dir entfacht? Wie bist du, wie bist du auf diese eigentlich crazy Sportart überhaupt gekommen? Ein bisschen durch Zufall. Also wir waren Reisen, ich und meine Freundin. Und während der Reise ist uns so ein bisschen langweilig geworden. Dann haben wir uns eigentlich kurzfristig angemeldet für so ein Trailrennen. Wir hatten eigentlich nichts mit Laufen am Hut. Und dann sind wir einen Traillauf in Kanada gelaufen. Genau, und das war das erste Mal, da bin ich 32 Kilometer gelaufen. Und davor haben wir so vier Wochen trainiert. Zweimal laufen die Woche, viel zu wenig eigentlich. Krass. Aber es hat dann irgendwie hingehauen. Ja, und dann, als ich von dieser Reise zurückkam mit meiner Freundin, hat es mich gepackt. Und ich bin dann weitergelaufen und habe ein Projekt gemacht, wo ich dann durch die Schweiz gelaufen bin. Und so bin ich eigentlich ein bisschen in die Sportart reingerutscht. Ja, und dieser Lauf in Kanada, das war, ich meine, zweimal in der Woche trainieren, ist ja jetzt wahrscheinlich für dich nichts mehr eigentlich. Und das ging aber trotzdem. Hattest du denn wie schon eine gewisse Grundkondition? Oder wieso konntest du diesen Lauf so, sagen wir mal, easy oder locker vollbringen? Ja, grundsätzlich weiß ich das nicht genau. Ich frage mich das selber manchmal, wie das möglich war. Also der Lauf war nichts Angenehmes. Ich habe da ziemlich gelitten und die letzten Kilometer waren mehr Wandern. Aber ich denke mal, das ist schon auf die Kindheit zurückzuführen. Da war ich ziemlich aktiv, also zuerst Hockey und Fußball spielen. Ich bin in einem Dorf aufgewachsen mit rund 40 Leuten. Also da ging nichts viel außer Selbstbeschäftigung draußen und immer aktiv meistens. Ja, und dann später bin ich in eine Sportschule gegangen und bin da Ski gefahren. Und ja, so war ich halt immer sportlich aktiv. Und ich denke mal, so in der Kindheit schafft man halt schon die Basis für den Sport eigentlich später auch. Denkst du das auch, oder du bist ja in einem Schweizer Bergdorf aufgewachsen, im Engadin. Und vielleicht glaubst du, dass da auch wie eine gewisse Grundkondition eigentlich antrainiert wird. Oder du warst wahrscheinlich viel Wandern, warst viel in den Bergen, hast viele Höhenmeter. Also wie ein bisschen eine Grundkraft, Grundkondition, die sonst vielleicht viele Kinder nicht haben. Und ja, fände ich es noch spannend. Oder wie du, was denkst du, ist das etwas, das man später gut lernen kann? Oder braucht man das ein bisschen als Voraussetzung? Also ich denke mal, es hilft sicher. Und also etwas ist sicher mal genetisch bedingt, also die Eltern. Ich denke mal, vielleicht von meiner Vaterseite. Er ist halt auch in der Höhe aufgewachsen. Die ganze Familie von der Seite ist eigentlich gebürtig im Engadin. Also meistens 1000 Meter und höher, 2000 Meter vielleicht sogar. Und ich denke mal, da hat man halt schon so eine gewisse Basis, die genetisch weitergegeben wird. Und dann eben, also meine Eltern waren Bauern, als ich aufgewachsen bin mit ihnen. Und da war ich schon ziemlich aktiv. Und ich denke, das ist halt schon das Wichtigste, in der Kindheit aktiv zu sein. Und ich glaube, das lässt sich dann so ab 16 Jahren nicht mehr wirklich aufholen. Vielleicht begrenzt. Du warst ja dann eigentlich, oder als du wirklich jetzt ernsthaft begonnen hast, auf Ultramarathons zu trainieren, wie alt warst du dort? Puh, das weiß ich jetzt gar nicht genau. Ich glaube, da war ich 23, 24, ja. Und jetzt bist du 27? Jetzt werde ich 27 in ungefähr einem Monat. Okay. Also eigentlich ein Spätstarter. Aber ich habe da, es gibt ein Video von dir auf YouTube gesehen, als er beim Zieleinlauf, ich weiß nicht mehr, um welches Rennen das sich gehandelt hat, aber du läufst da ins Ziel ein und dann der Mann, der dich begrüsst, sagt, ja, ich habe irgendwie noch nie von dir gehört, aber du hast dir das Rennen gewonnen. Oder das ist schon ein bisschen so, dass du wirklich ein bisschen aus dem Nichts, oder sagen wir, relativ spät, eigentlich gut geworden bist. Ja, auf jeden Fall. Also es ist nicht die standardsportliche Karriere, die man macht. Ich habe eigentlich angefangen und dann bin ich ziemlich schnell erfolgreich geworden. Ja, ich weiß auch nicht, wie das genau funktioniert hat. Also das hat mich dann selber überrascht. Und das Rennen da auf YouTube, also es war mein erster Sieg und auch wirklich erster guter Lauf. Ja, ich dachte da eigentlich das ganze Rennen hindurch, das schaffe ich nicht. Irgendwo explodiere ich im Rennen, das schaffe ich nicht. Und dann ging es irgendwie trotzdem auf, ja. Das hat mich dann überrascht, natürlich. Weil du eigentlich zu schnell ein zu hohes Tempo hattest, oder wieso dachtest du, dass du irgendwann explodierst? Also ich kannte einen Mitstreiter da, also der hat eine ziemlich starke Vergangenheit, der Stefan Hugenschmidt als Ultratrail-Läufer. Und ich wusste, der ist super stark. Ja, und ich bin dann halt einfach mal mitgelaufen. Und ja, da war mir irgendwie klar, hey, ich bin noch nie so ein Rennen gelaufen. Ich weiß gar nicht, ob ich das durch mag. Im Training läuft man nie solche Distanzen. Und auch meine Kürzungs-Trainings sind nicht viel schneller gewesen, wie jetzt dieses Rennen. Also ich wusste nicht, ob ich das halt schaffe. Und von welchen Distanzen sprechen wir jetzt hier? Vom Training, aber nachher auch vom Lauf selber? Ja, also das Training war da sicher maximal so 50 Kilometer alle, vielleicht alle drei Monate. Also solche Läufe kann man nicht allzu oft machen. Die sind schon ziemlich hoch von der Belastung. Und dann eigentlich täglich so waren das halt 15 bis 30 Kilometer. Und die Rennen dann waren, also das Rennen selber war dann 100 Kilometer. Also es war auch mein erstes 100 Kilometer Rennen. Ich bin nie so etwas Weites gelaufen davor. Okay, also du warst vorher eigentlich immer 50 Kilometer und bist dann direkt auf 100. Ja, also mein längstes Rennen vorher war 63 Kilometer und das war zwei Jahre oder ein Jahr vorher, glaube ich. Ja, und das ging eigentlich nicht so gut. Okay, krass. Und das hast du aber irgendwie, eben du hast gesagt, du hast das durchgestanden, das ganze Rennen. Du warst eigentlich erstaunt, wie ring es gelaufen ist. Ja, genau, also ich bin da halt wirklich gelaufen und in die ersten 50 Kilometer fühlte ich mich echt super und mit einer Energie, die ich sonst nie verspüre. Und das hat einfach nicht aufgehört bis Kilometer 70 und dann waren halt die letzten 30 Kilometer sind dann meistens sowieso überleben in solchen Rennen. Ja, spannend. Und ja, ich finde auch, oder diesen, ja, den Aspekt des Trainings ist so faszinierend. Du sagst, eigentlich trainieren kannst du, eigentlich das, was du machst, das kannst du gar nicht wirklich trainieren, sondern du musst wie, ja, du trainierst viel kürzere Distanzen. Wie ist da die Herangehensweise, dass du nachher trotzdem für das Rennen vorbereitet bist? Hast du, haben da alle Läufer die gleichen oder sehr ähnlichen Pläne wie vielleicht in anderen Sportarten oder variiert das? Ich denke mal, das Ultralaufen ist noch sehr unerforscht in diesem Bereich. Also niemand weiss so wirklich, wie man jetzt für diesen Bereich trainiert, was ist das Beste. Dann gibt es ganz viele verschiedene Varianten. Also die letzten Jahre habe ich halt oft so volumenmässig sehr viel gemacht. Also dann trainiert man halt sehr oft in der Woche trotzdem so 20 bis 30 Kilometer, was halt schon viel ist an Laufen, wenn man das jetzt mit Marathon-Training oder anderen Läufen vergleicht. Und da sind dann ja auch immer oft viel Höhenmeter drin. Also man läuft schon ziemlich viel, man läuft dann auch 170 Kilometer die Woche. Und dann gibt es so einen Trick, da würde man so zum Beispiel am Nachmittag, am einem Tag vielleicht 30 Kilometer laufen und am nächsten Morgen eigentlich mit müden Beinen halt nochmal 30 Kilometer. Und dann läuft man halt auf müden Beinen und das ist so ein bisschen eine Simulation von einem Rennen. Also das ist so etwas, was viele machen. Und dann hast du einfach eine tiefere Wahrscheinlichkeit, dass du dich verletzt? Oder was ist der Grund, dass man dann nicht einfach sozusagen einmal 60 läuft? Ja, auf jeden Fall. Sicher mal die Verletzungswahrscheinlichkeit ist sicher reduziert. Und dann, es gibt halt auch ziemlich viele Studien, die sagen, nach drei Stunden hast du eigentlich nicht wirklich einen physiologischen Nutzen. Also da trainierst du im aeroben Bereich eigentlich nicht wirklich. Und du hast alles herausgeholt. Und dann denke ich, ab drei Stunden ist es wirklich nur noch mental und das Gefühl, auf den Beinen zu stehen, mit müden Beinen. Ja, genau. Ja, krass spannend. Das wusste ich nicht. Also, dass man, dass eigentlich der Körper nicht, nach diesen drei Stunden nicht wieder mehr regeneriert. Also in der Trainingslehre gibt es ja, du weisst es sicher besser, wie das heute ist, diese Idee, dass man seinem Körper einen Schaden zufügt und dann aber der Körper ein bisschen über das Ausgangslevel eigentlich wieder korrigiert. Und das ist wirklich, also es ist, ja, das ist, finde ich noch spannend, mir vorzustellen, dass das nachher nicht mehr optimiert werden kann. Ja, ich denke, da gibt es sicher so einen Sweet Spot, eben so zwei bis drei Stunden. Und darüber hinaus hat man halt einfach mehr Schaden als Nutzen. Vor allem auch muskulär entstehen da schon ziemlich so Schäden halt nach drei Stunden laufen. Und dann braucht man halt viel Regeneration. Und ich glaube, dann geht das mit der Superkompensation gar nicht mehr so auf. Ja. Ja. Und diese zwei bis drei Stunden, die versuchst du jetzt eigentlich täglich zu optimieren. Also, dass du irgendwie schneller läufst oder mehr Höhenmeter. Oder wie kannst du, was kannst du da tun, dass du dich, sagen wir, nicht einschränkst und einfach jeden Tag mit deinem normalen, mit deinem Durchschnittstempo einfach durchläufst? Also, Varietät ist da sicher sehr wichtig. Erst denke ich, Laufen ist nicht immer die beste Variante, um diesen Bereich zu trainieren. Ich meine, die Intensität für drei Stunden ist dann immer ziemlich tief. Da trainiere ich nichts Intensives über die Dauer. Dann gehe ich halt auch oft mal Fahrrad fahren oder weiche aus auf andere Disziplinen, um die Belastung ein bisschen zu reduzieren für den Sport. Aber wenn es jetzt um Laufen selber geht, kann man natürlich auch da Variationen machen. Dann eben mehr Höhenmeter oder eher schnellere drei Stunden, vielleicht sogar auf dem Treadmill im Winter. Dann geht das natürlich auch mit der Ernährung. Kann man da Sachen anpassen? Zum Beispiel habe ich letzten Winter sehr oft nüchtern trainiert. Das geht bei mir sowieso sehr gut. Da kann man sich ja mal so ein bisschen den Fettstoffwechsel antrainieren oder das Gefühl, halt auf weniger zu laufen. Ja, da gibt es schon ziemlich viel, was man so probieren kann. Okay, und du sagst das Gefühl vom Fettstoffwechsel, das merkst du, wenn du, sagen wir jetzt vom Zucker, von der Glucose her, deine Energie gewinnst direkt? Oder wenn du das über den Fettstoffwechsel machst? Das fühlt sich dann für dich anders an? Also auf jeden Fall. Zum Beispiel merke ich, wenn ich jetzt zum Beispiel am Morgen ohne Morgenessen rausgehe und laufe, dann sind so die ersten eineinhalb Stunden sind meistens ein bisschen schwerer. Und dann gibt es wie so einen Schalter ab eineinhalb Stunden, zwei Stunden und dann fühlt es sich leicht an. Das Ding ist, du kommst dann halt nicht wirklich auf die hohen Herzfrequenzen und deine Leistung ist dann wirklich limitiert, weil du hast halt den Zucker dann nicht. Aber man merkt dann schon, wenn man das öfters macht, dass der Körper realisiert, wie er funktionieren sollte und das dann besser geht. Und ich habe da auch einen Quervergleich meistens zu anderen Freunden und die machen das halt nicht so oft. Und dann kann ich da wirklich länger ohne nichts laufen, wie die genau. Das ist wahrscheinlich auch ein grosser Vorteil, wenn du bei vielen diesen 100 Kilometern so viele Leute Probleme danach zu essen, Nahrung aufzunehmen. Und wenn es mal nicht klappt, dann weißt du, wie auch mental, hey, ich kann eigentlich auch umstellen und ich bin auch okay, wenn ich jetzt mal ein paar Stunden nichts essen muss. Ja, auf jeden Fall. Es ist mental ein Vorteil, aber ich denke jetzt ein Rennen kann man da nicht gewinnen, weil der Zucker ist da halt schon ziemlich wichtig. Also ich würde fast sagen, Ultra ist manchmal sogar so ein Nahrungswettkampf, der mehr essen kann, der gewinnt schlussendlich. Und da gibt es halt schon ziemlich viele Leute, die Probleme mit Ernährung haben. Aber ich denke mal, es ist für den mentalen Aspekt sicher ein Nutzen. Und du hast erwähnt, dass die Herzfrequenz eigentlich dann nicht ganz so hoch geht, wenn du auf dem Fettstoffwechsel bist. Ist das dann beim gleichen Tempo, hast du eine tiefere Herzfrequenz oder du kannst eigentlich gar nicht auf das Tempo kommen? Also da ist natürlich auch das Tempo wie limitiert und also man kann dann schon schneller laufen, aber ich denke, das geht dann auf die Kosten von körperlichen Strukturen wie Muskeln und führt dann vielleicht zu einer Überlastung. Deshalb muss man da schon ziemlich aufpassen und ja, es ist dann halt schon ziemlich speziell. Also bei den Trainings geht die Herzfrequenz dann am Anfang meistens ziemlich hoch und dann fällt sie eigentlich nur noch, wenn ich mich jetzt normal ernähre, dann bleibt die Herzfrequenz gleich oder steigt an auf den Schluss des Trainings. Aber eben das Tempo geht dann halt meistens auch unter. Und normal ernähren, heisst das Salat, Dessert oder? Aber was isst du während dem Rennen? Was ist ideal? Ich esse eigentlich eher speziell für den Ultraläufer. Ich bin da ziemlich einfach und esse Schels und eigentlich Wasser. Mittlerweile habe ich auch so ein Sportgetränk, das ich ab und zu trinke, aber eigentlich nur Zucker. Das geht bei den meisten nicht. Die müssen da halt schon noch irgendetwas Salziges zuführen oder etwas für den mentalen Aspekt, wie zum Beispiel. Ja, ich meine, da gibt es Leute, die essen Nudeln oder jeder hat so sein spezielles Ding. Ich habe da eigentlich ziemlich langweilig gar nichts außer Schels. Und wieso meinst du, dass das für andere Leute nicht geht? Ich weiss ehrlich gesagt nicht. Einfach vom Geschmack oder dass sie ihnen dann übel wird? Ich glaube, gewisse haben da wirklich dann auch Symptome. Die können gar keine Schels mehr aufnehmen. Das kommt meistens gleich wieder raus. Und andere machen das vielleicht einfach für das Gefühl, zum etwas anderes Essen. Ja, ich meine, für mich ist es auch nicht angenehm, die Schels in den letzten 30 Kilometern auch einzunehmen. Es ist nicht etwas, wo man sich darauf freut, sozusagen. Aber es stört mich nicht. Und ich glaube, bei anderen ist das wirklich, das geht gar nicht mehr am Schluss. Da müssen sie vielleicht wechseln oder, ja, genau. Und wenn du sagst, es ist einfach Zucker, hast du dadurch Salz, um die Blutsalze normal zu behalten, was ja auch vielen Leuten vielleicht am Anfang nicht so bewusst ist, dass das grössere Probleme machen kann, wenn man einfach eigentlich das Salz ausschwitzt, im Urin hat und dann nur eigentlich normales Wasser zu sich nimmt. Ja, ich denke, das ist sicher ein großes Problem, vor allem auf die langen Distanzen, über drei Stunden. Generell ist da im Schäl meistens schon so ein bisschen Salz drin. Und wenn das halt nicht genügt, habe ich bis anhin eigentlich immer Salzkapseln zugeführt, obwohl das mache ich in Zukunft nicht mehr, weil da habe ich jetzt ziemlich viel darüber gelesen, dass es halt einfach nicht so gut ist, weil man da auf einen Schlag eigentlich die Menge an Salz viel zu hoch ist und der Körper das eigentlich nicht verträgt. Daher finde ich, ist die beste Alternative es wirklich eigentlich immer ein bisschen Salz zu sich zu nehmen, halt mit Schäls oder mit einem Getränk, aber nicht zu übertreiben. Ist es etwas, das regelmässig an Wettkämpfen passiert, dass Leute zum Beispiel zu wenig Natrium im Blut haben und dann Probleme mit dem Hirn oder sonst bekommen? Ja, also es gibt immer beides, entweder zu wenig oder zu viel. Ja, und dann gibt es halt die fatalen Fälle, da fängt man dann halt auch an, mehr zu trinken, immer mehr, immer mehr, man erhält dann halt auch immer mehr Durst und dann hat man halt irgendwann mal zu viel Wasser in sich und das kann dann halt schon fatal enden. Das kommt bei Ultras vor, halt auch nicht so oft, aber es kommt vor, genau. Und sind das neue oder unerfahrene Läufe, denen das am ehesten passiert? Oder ist das etwas, das einfach für alle schwierig ist? Ich denke mal, wo es sicherlich öfters passiert ist, sobald irgendwie Schmerzmittel oder Blutverdünner im Spiel sind. Deshalb zum Beispiel beim UTMB sind die auch verboten. Das ist sicher sehr gefährlich. Und dann halt auch unerfahrene Läufer, ja, an heissen Tagen, das kann schon passieren, wenn man da gar nichts davon weiß. Okay, und die Schmerzmittel, ist das etwas, das regelmässig eingenommen wird von vielen Leuten? Ich denke, im Laufbereich kommt das schon vor, weil man hat immer irgendwo ein bisschen etwas, das wehtut. Ich weiss nicht, wie regelmässig, ich kenne jetzt niemanden spezifisch, der regelmässig etwas einnimmt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass vor allem auch unter den Profis da halt schon ziemlich viel hineingesteckt wird, weil man möchte dann ja auch im Wettkampf starten. Nimm uns doch mal mit in einen normalen Trainingstag von dir. Wie strukturierst du dich? Vielleicht noch ganz kurz als Einschub, du hast ja begonnen, Physiotherapie zu studieren und hast dich jetzt entschieden, dich voll auf den Sport zu konzentrieren. Und das ist also für dich eigentlich wirklich ein Vollzeitjob. Wann stehst du auf? Wie geht für dich der optimale Tag los? Das ist noch nicht so lange her, dass ich eigentlich Physio abgebrochen habe. Daher weiß ich noch nicht genau, wie das aussehen wird. Grundsätzlich war das jetzt während dem Studium oder gerade kurz danach, jetzt in den Sommerferien eigentlich so, dass ich am Morgen aufstehe, nicht allzu früh, es gibt so den Sweetspot 7 bis 9 Uhr und dann trinke ich einen Kaffee. Wenn ich nüchtern trainiere, trainiere ich gleich, eigentlich so eine halbe Stunde nach dem Kaffee. Wenn ich morgen esse, esse ich zuerst das Essen und dann halt zwei Stunden später mache ich das Training. Und dann grundsätzlich lasse ich da so sechs Stunden zwischendrin und dann mache ich ein zweites Training. Jetzt in Zukunft möchte ich auch versuchen, vielleicht weniger Belastung auf ein Training zu legen, und vielleicht sogar drei Trainings in den Tag zu setzen, wenn ich jetzt auch mehr Zeit habe. Und im Moment funktioniert das ja nicht so ideal, was am UTMB. Erzählen Sie noch ganz kurz für die, die den UTMB nicht kennen, was das für ein Rennen ist und dann was passiert ist. Grundsätzlich ist der UTMB so Olympics für den Ultralauf. oder Trailauf allgemein im Moment. Also da gibt es die 170er Distanz. Die 170er Distanz, das ist so die Königsdisziplin. Und ich wollte dieses Jahr eigentlich an der 100er Distanz starten, bin dann auch gestartet. Aber halt schon mit einer Verletzung, die ich im Vornherein hatte. Und dann schlussendlich ist es nicht so gut geendet. Und nach dem Lauf, den musste ich natürlich abbrechen, kurz nach 14 Kilometer, bin ich dann zum Arzt und dann kam heraus, dass ich einen Ermüdungsbruch am Oberschenkelknochen habe. Du hast mir vorher schon erzählt, oder deine Theorie ein bisschen, wieso es zu dieser Verletzung gekommen ist. Kannst du uns da auch noch mitnehmen? Ja, also ich denke mal sicher, mein Körper ist oder war einfach noch nicht ready für die Belastung, vor allem auch im Training. Also ich habe wie das Gefühl, meine Lunge, meine Kapazitäten, meine aeroben Kapazitäten sind viel stärker wie meine Skelettmuskulatur und meine Knochen halt. Und da muss ich definitiv jetzt ein bisschen langsamer dran, weil ich habe halt innerhalb von drei Jahren bin ich wirklich viel gelaufen. Und normalerweise, um so Distanzen zu erreichen, läuft man halt schon zehn Jahre und dann hat der ganze Körper Zeit, um sich anzupassen. Und ich denke, mein Körper hatte da einfach keine Zeit, der ist nicht nachgekommen. Und dann gibt es halt viele andere Faktoren, die da auch hineinspielen hätten können. Sagen wir mal Stress vorm Studium oder zum Beispiel gerade, das ist vielleicht auch der Aspekt vom nüchtern Trainieren. Da habe ich vielleicht auch zu viel nüchtern trainiert und dann fehlen halt auch Nährwerte. Der Knochen wird halt auch schwächer und dann vielleicht einfach zu viel trainieren. Ja, da gibt es ganz viele Punkte, die dann schlussendlich zusammenkommen. Und dann kann es halt zu diesem Ermüdungsbruch kommen. Und von der Ernährung her, gab es glaube ich auch noch einen Faktor? Ja genau, also das weiß ich halt noch nicht genau. Aber Calcium könnte sich ja eine Rolle spielen. Ich war auch vor ungefähr einem Jahr, zwei Jahre davor vegan oder so, plus minus vegan. Ich habe dann schon manchmal ein bisschen Fleisch gegessen, aber wahrscheinlich einfach nicht genug gut aufgepasst. Und ich denke, da sind vielleicht schon auch einige Defizite entstanden. auch durch die Jahre vor meinem Laufsport, da war ich nicht gerade gesund unterwegs. Deshalb, das bildet sich halt über Jahre und zeigt sich dann halt nach Jahren. Was heißt für dich nicht gesund? Also vor dem Sport, ich muss ehrlich sagen, ich bin ja Ski gefahren, Freeski gefahren, beziehungsweise und diese Szene ist nicht gerade bekannt für Gesund und Sportlichkeit. Ich meine mittlerweile, die Profis sind jetzt auch sportlich, gehen ins Gym und sind richtige Sportler. Aber als ich da Freeski gefahren bin, war das schon noch so eine Party-Crowd. Und da war ich halt schon jedes zweite Wochenende betrunken und habe einfach gegessen, was halt rum war. Vielleicht auch viel Fastfood. Und dann danach habe ich auch nicht gerade wirklich aufgepasst. Vielleicht ein bisschen gesünder. Also ich war definitiv nicht mehr jedes Wochenende betrunken schlussendlich. Aber ja, die Defizite sind dann vielleicht schon entstanden. Das ist eigentlich ein mega vorausschauender Sport. Es sind so viele kleine Faktoren, die du jetzt eigentlich benötigst, um deinen Körper wie ready für diese extrem langen Distanz nachzumachen. Du bist ja ein, ich glaube dein längstes Rennen war, auch um die 170 Kilometer. Ist das möglich? Also Rennen bin ich noch kein wirkliches Gelaufen um die 170 Kilometer. Ich habe da so ein Backyard Ultra gemacht. Das ist so ein spezielles Rennen und ich würde es nicht als Rennen bezeichnen. Aber es ist ein Event und da bin ich 170 gelaufen und dann einmal im Training bin ich auch 170 Kilometer gelaufen. Und das war einfach ein Training für dich, die 170 Kilometer. Also Training kann man dem vielleicht nicht sagen. Es war mehr ein Projekt schon. Also da bin ich mit einem Kollegen von, wo sind wir da, von Nyon nach Neuchâtel gelaufen, durch die Jua-Berge. Genau, also es war einfach wirklich auch so ein grösseres Projekt, wo man sich dann halt auch Zeit nimmt, danach zum Erholen. Und um nochmal zurück eigentlich auf die Ernährung zu gehen. Du hast gesagt, du warst zuerst nicht so gesund und achtest dich jetzt aber mehr darauf. Was sind für dich so, oder für dich, aber auch für andere Läufer, die wichtigsten Dinge, die man beachten muss in der Ernährung? Jetzt nicht unbedingt während dem Wettkampf oder dem Training, sondern eigentlich rundherum, um dann sportlich fit zu sein. Also ich denke, man macht sich ja mal richtig, wenn man selber kocht. Ja, da hat man schon mal eine bessere Übersicht, was halt im Essen ist. Grundsätzlich macht man dann auch mehr Gemüse. Und ich denke, das ist sehr wichtig für all die Mineralien. Dann grundsätzlich, wenn man jetzt halt keine Milchprodukte isst und Fleischprodukte isst, muss man das halt wirklich konzentriert kompensieren. Weil als Sportler hat man dann einen Mehrwert, den man einnehmen muss. Und ja, da muss man dann sicher supplementieren. Wenn man jetzt, ich habe jetzt angefangen, ab und zu mal Fleisch zu essen und halt Milch trinke ich eigentlich grundsätzlich noch immer nicht. Aber halt so Pflanzenmilch mit Calcium-Supplementationen drin, dann ist es vielleicht schon ein bisschen einfacher, wieder um ein Gleichgewicht herzustellen, ohne jetzt spezifisch zu supplementieren. Und von den Supplementen her ist eben, du sagst, Calcium ist eigentlich wichtig. Was sind noch andere Nährstoffe, die du, wo du durch das Training und durch die Wettkämpfe einen Mehrbedarf hast? Also ich denke mal sicher, für die Ausdauersportler ein Keyword ist Proteine. Es heisst immer nur Zucker und Carbohydrates. Und ich denke, Proteine sind da gleich genau wichtig, gerade auch für den Ultrasport. Da gehen so viele Muskeln kaputt. Da braucht man definitiv viele Proteine. Auch, dass man nicht in ein Immundefizit fällt. Das passiert ziemlich vielen Läufern. Nach Trainings, nach langen Belastungen, dass sie halt gleich krank werden. Das ist so ein bisschen ein Zeichen, hey, vielleicht solltest du deine Proteine ein bisschen mehr Proteine einnehmen. Dann finde ich jetzt, für mich habe ich herausgefunden, dass Omega-3 ein extrem wichtiges Supplement ist. Also ich habe ein Knie, das ab und zu so ein bisschen chronisch entzündet war und ist. Seit 15 Jahren halt, da habe ich so eine Displasie im Knie. Grundsätzlich auch nicht so ein Problem. Aber wenn das halt mal ein bisschen chronisch entzündet ist, dann bleibt das schon ein halbes Jahr. Da hilft dann Omega-3 schon extrem. Also so Fette sind wichtig, auf jeden Fall. Daher denke ich, wenn man kein Fisch ist, dann sicher das supplementieren. Und natürlich Magnesium, Kalzium, je nachdem bei Frauen halt Eisen, bei Männern je nachdem auch. Aber es ist auch heikel, da kann man auch zu viel supplementieren. Das muss man dann mit dem Arzt sicher abklären. Spielen Aminosäuren für dich eine Rolle? Aus dem Bodybuilding kennt man das ja, dass oft die Athleten während dem Training eigentlich die Aminosäuren einnehmen, mit dem Ziel, nachher weniger Muskelkater zu haben, nach dem Training. Ist das auch etwas, das man während dem Lauf einnimmt oder nimmt man es überhaupt ein? Also ich denke, da gibt es sicher Leute, die das einnehmen. Ich glaube, da gibt es so Komplexe, die sicher was bringen und auch gewisse Aminosäuren. Ich kenne mich da nicht so spezifisch aus. Momentan nehme ich so ein Komplex, aber mehr für die Stressfraktur, um da wirklich alles rauszuholen. Momentan ist auch so ein Zeitpunkt, wo ich wirklich viel supplementiere, aber nur für diesen Monat, bis das halt ausgeheilt ist. Und dann schraube ich so schnell wie möglich eigentlich auf eine normale Ernährung zurück, weil ich denke, wenn man halt ein gesundes Stück Fleisch isst oder halt zum Beispiel Chiasamen, wer halt vegan ist, da hat es so viele gute Stoffe drin und die werden einfach besser aufgenommen, wenn man es halt nicht durch das Supplement aufnimmt, sondern durch die Basisernährung. Wenn du wie John auch von den Vorteilen von Omega 3 profitieren möchtest, dann empfehle ich dir, dies bei King Nature zu kaufen. Und nicht einfach, weil King Nature Sponsor ist, sondern was cool ist am King Nature Präparat, gerade beim Fischöl, ist, dass sie eines der fortschrittlichsten Filtersysteme verwenden, um Schwermetalle rauszufiltern aus dem Öl, was extrem wichtig ist, ist, dass es kein Quacksilber, keine Schwermetalle im Fischöl drin hat. Was auch cool ist, ist, dass bei vielen der Omega 3 Präparate nur etwa 50% in der ursprünglichen Form der Fettsäuren vorhanden ist, bei King Nature jedoch ist es über 90% und kann somit besser vom Körper aufgenommen werden. Der Link ist unten in der Beschreibung, kingnature.ch in der Schweiz, kingnature.de in Europa. Wenn du den Code VIBES verwendest, erhältst du eine Gratispackung NADH gratis dazu und unterstützt gleichzeitig den Podcast. Und ich möchte dir mega vieles Danke sagen und jetzt wünsche ich dir noch viel Spass mit dem Rest des Interviews. Du hast auch angesprochen, dass das mit den Proteinen und dem Krafttraining oder die Muskelmasse, dass das wichtig ist. Wie sieht dein Krafttraining aus für einen Ultrarunner? Du möchtest ja nicht breit und kräftig in diesem Sinne werden, aber eben hast du gesagt, es ist so wichtig, deine Gelenke zu schützen. Wie sieht dein Training da aus? Da habe ich auch verschieden trainiert bis jetzt. Zuerst einfach mal aus Angst, dass ich zu breit werde. Da habe ich nur mit dem Körpergewicht trainiert, um das ein bisschen zu limitieren, weil ich habe einen Körper, der reagiert ziemlich stark auf Krafttraining. Also bei mir, ich gehe einfach super schnell auseinander. Daher muss ich aufpassen. Aber grundsätzlich ist es auch abhängig von der Wiederholungszahl. Also wenn man mal so eine Kraftbasis hat, dann kann man sicher so ein bisschen beim Maximalkraftbereich bleiben, wo man halt eins bis fünf Wiederholungen bleibt mit richtig viel Gewicht. Und da gehen die Muskeln halt nicht wirklich auseinander. Da trainiert man wirklich die Kraft oder die intramuskuläre Koordination, sagt man dem also, die Ansteuerung der Muskeln und die Muskeln zu aktivieren. Das kommt da auch ein bisschen an, aus dem Powerlifting, oder? Das hebt sich ab. Beim Bodybuilding, glaube ich, sind es dann mehr Wiederholungen und beim Powerlifting, wo es wirklich einfach um das Gewicht geht. Ja, genau. Also ich denke mal so, Powerlifting ist sicher etwas Wichtiges für den Ultrabereich sowieso. Und das sieht man auch wirklich bei kurzen Distanzen, also bei Marathons und so. Also da machen echt viele Sportler mittlerweile Entweder langsame Wiederholungen, wenig Wiederholungen mit viel Gewicht oder dann halt auf die Rennphase zu sogar auch schnelle Wiederholungen, wo man dann richtig Schnelligkeit geht, Plyometrie, genau. Was sind wichtige Übungen für einen Läufer zu machen? Gibt es gewisse Übungen, die du empfehlen kannst oder spielt das nicht so eine Rolle? Ja, ich denke mal sicher, nebst diesen Powerlifting Moves und was vielleicht schon ziemlich spezifisch ist und nicht anwendbar, vielleicht auf den normalen Läufer, der jetzt nicht im Profibereich unterwegs ist, denke ich, gibt es sicher so Unterhaltungsübungen, also die man immer machen sollte. Das sind vielleicht so Clamshells oder Fire Hydrants, um sicher mal die Muskulatur am Gesäß zu aktivieren, weil die ist extrem wichtig fürs Laufen. Dann finde ich halt Squat ist halt immer eine gute Übung, weil man aktiviert ziemlich alle Muskulaturen im Bein und das Gleichgewicht stimmt dann auch überein im ganzen Körper. Das sage ich mal so, es ist gut, wenn man den Squat wirklich auch tief macht, weil man dann auch wieder das Gesäß mehr aktiviert. Ja, und dann halt einfach auch die Bauchmuskulatur zu trainieren, ist sehr wichtig, vor allem die innere Bauchmuskulatur. Heisst nicht unbedingt Sit-ups, sondern mehr so Stabilitätsübungen. Ja, genau. Das ist wichtig, weil du dann aufrechter läufst oder aus welchem Grund? Also, was man halt viel sieht bei Läufern, die anfangen, ist, dass der Oberkörper schwankt oder das Becken hin und her schwankt und das ist halt schon so ein Zusammenspiel zwischen Bauchmuskulatur und dem Gesäß. Das stabilisiert schlussendlich das Becken und das ist ziemlich wichtig, weil über die Dauer wird der Körper müde und dann fängt das Schwanken immer mehr an und dann geht die Belastung voll in die Knie oder halt auf die Fussgelenke. Die Knie fallen halt dann oft auch nach innen, also so x-Bein-mässig. Und das geht halt alles vom Becken und vom Bauch aus. Mega spannend. Also eigentlich das Defizit dann wie auf die Knie, wo auch, ich denke, oder die meisten sagen, wie vielleicht Hobbyläufer, sagen die meisten, oder ich kann nicht laufen wegen meinem Knie. Ja. Ist das eigentlich, geht das gar nicht vielleicht unbedingt vom Knie selber aus, sondern vom Bauch, wie du sagst? Ja, genau. Also es gibt natürlich Fälle, zum Beispiel wie meine Dysplasie, das ist wie so klar, da ist was da, aber sogar bei mir merke ich, obwohl ich eigentlich einen Ort habe oder einen Knochen habe, der nicht ganz stimmt, es ist besser, wenn ich das oben trainiere, wenn ich die Füße trainiere und wenn das Knie nicht wie so ein Sandwich in der Mitte nach innen gedrückt wird, also beziehungsweise in die X-Bein-Stellung, also auf eine gerade Linie mit dem Fuss ist. Und daher sage ich, ja, das Knie ist wirklich sehr anfällig und ist halt wirklich zwischen Becken und Fuss für den Läufer sehr wichtig, dass da beide Ecken stimmen. Also die Füße sind da auch ziemlich wichtig. Also ich finde, das ist etwas, das ich auch regulär trainiere, die Füße, an die denkt man eigentlich nie. Wie trainiert man den Fuss? Da gibt es so etwas wie den Short Foot Exercise. Da versucht man eigentlich, das Fussgewölbe eigentlich hoch zu drücken. Also man versucht, den Fuss klein zu machen. Also gegen ein Gewicht wird es dann hochgedruckt? Nein, einfach im Stehen oder im Sitzen. Also für die meisten ist das halt schon koordinativ ziemlich schwer, wenn man den Fuss zusammenzieht. Und dann kann man da halt schon auch Gewicht in die Hand nehmen, obwohl das dann wahrscheinlich schon ziemlich fortgeschritten ist. Ich musste jetzt noch nie ein Gewicht in die Hand nehmen zum Beispiel. Ich denke, das ist schon so genug schwer. Okay. Mega. Ja. Und ist das etwas, das du auch Hobbyläufern empfehlen würdest, sich auf diese Kraftübungen ein bisschen daran zu denken? Oder welche Tipps kannst du weitergeben, um Verletzungen auch vorzubeugen? Also ich denke, jeder sollte das machen, der ein gewisses Volumen an Laufen hat. Vielleicht muss man da nicht so viel was machen, aber ich denke vielleicht zum Beispiel 15 Minuten vor dem Laufen aufwärmen, vielleicht so ein paar Kraftübungen machen, ist gut. Oder vielleicht nach dem Laufen 10 bis 15 Minuten, es braucht nicht viel, aber ich denke, es ist gut, wenn man die Muskulatur schon nur ein bisschen aktiviert und vielleicht auch koordinativ weiß, wie sich das anfühlt, wenn man den Muskel anstrengt. Und wenn man halt mehr lauft, denke ich, sollte das Kraftvolumen halt auch ein bisschen zunehmen. Grundsätzlich denke ich, da ist es halt auch so, dass gewisse Läufer das weniger brauchen, gewisse mehr. Ein Bereich, wo ich selber merke, dass ich ein bisschen Mühe habe, ist so, dass das Einschätzen, wann ist eine Verletzung oder, du hast es auch schon angesprochen, man merkt das Knie ein bisschen, man merkt vielleicht die Hüfte ein bisschen, irgendwo hat man ein Problem, wann, wie gehst du damit um, wie pushst du da einfach durch und sagst, nein, ich muss das machen, so ein bisschen David-Gaggen-Style, nein, das ist egal, wenn es wehtut, jetzt da gehen wir durch und wo sagst du, ich versuche das irgendwie mit dem Training gleichzeitig zu optimieren und wann sagst du, okay, nein, jetzt kann ich irgendwie gar nicht trainieren. Gibt es für dich, gibt es für dich bestimmte Signale oder zum Beispiel jetzt mit deinem Knie, wie machst du das, eben du sagst, es geht ein halbes Jahr, also es sind sehr eigentlich lange Zeiten, wo du ja nicht einfach nichts machen kannst. Ja, es ist immer unterschiedlich. Grundsätzlich bin ich ziemlich schlecht in diesem Bereich, also ich spüre nicht sehr schnell, dass sich etwas bei meinem Körper verändert, strukturell oder irgendwie eine Verletzung entsteht und meistens ist es dann bei mir schon zu spät und dann muss ich wirklich einfach gleich vom Laufen weg umsteigen, cross-trainieren, je nachdem wie schwer die Verletzung ist oder vielleicht die Mini-Verletzung, die noch keine große Verletzung ist. Aber grundsätzlich so beim Knie weiß ich, das Problem habe ich seit 15 Jahren, da weiß ich, wie damit umgehen, da kann ich schon durchlaufen. Wichtig ist einfach da auch so das Training zu legen, dass das Knie sich besser erholen kann. Also es ist immer unterschiedlich, aber es ist sicher nicht gut, mit dem Kopf hindurch voll rein in die Verletzung und da kann ich zum Beispiel sicher noch sehr viel lernen. Also ich bin eher so der Murkser in diesem Bereich. Und mit dem Knie, du sagst, du passt das Training an, dass sich das Knie nachher schneller wiederholt. Ist das dann ein anderer Laufstil oder sind das andere Distanzen oder wie sieht das konkret aus? Da gibt es ziemlich viele Varianten, wie man das machen kann. Also zum einen ist etwas, was ich jetzt ein bisschen angefangen habe, auch mit der Verletzung in der Hüfte beziehungsweise im Oberschenkel vor dem UTMB, war einfach nur hochzulaufen zum Beispiel und die Gondel runterzunehmen. Das ist sicher eine Variante, um einfach die komplette Downhill-Belastung vom Berglaufen rauszunehmen. Weil die höher ist als das Bergaufgehen. Runterlaufen ist definitiv die größte Belastung, weil der Muskel muss halt bremsen beziehungsweise exzentrisch schaffen. Und Treadmill aufwärts ist sicher auch so ein Ding, dass die Belastung rausnimmt. Treadmill im Allgemeinen geht bei mir gut, weil es ein bisschen weicher ist. Bei anderen gibt es mehr Probleme da wie draußen. Ist auch immer unterschiedlich. Also man merkt dann auch ein bisschen, was für einen besser geht. Und das Treadmill-Laufband ist wie so, oder es klingt ein bisschen so unnatürlich, sage ich jetzt mal. Aber für dich ist es besser vom Band, wie es abfedert, im Vergleich zum Boden draussen? Also ich habe jetzt zum Beispiel gemerkt, dass ich einfach schöner laufe. Also der Laufstil ist auf dem Treadmill bei mir perfekt im Gegensatz zum Laufen draußen, wo ich einfach mehr Fehler im Laufstil habe. Ich denke mal, das Treadmill nimmt auch ein bisschen Arbeit weg. Gerade auch in der Lauffrequenz, also die Schrittfrequenz ist da sicher viel höher wie draußen. Ja, und es ist sehr kontrolliert. Draußen ist man halt nicht so kontrolliert unterwegs, dass man schnell mal ein bisschen zu schnell oder zu langsam, ja genau. Von der Schrittfrequenz ist ja, soll ich das verstehen, das Ziel oder das Problem, dass viele Läufer eigentlich zu wenig Schritte auf eine gewisse Distanz machen und dass man, oder viele Leute das eigentlich ein bisschen schneller laufen müssen. Ich habe das mal versucht bei mir selber, mit der Uhr zeigt das einmal ja die Schrittfrequenz an und habe dann bewusst mal versucht, ein bisschen die zu erhöhen. Und das war dann aber mega, wie soll ich sagen, unnatürlich für mich. Und wie ist das als Profiläufer? Profiläufer, was empfiehlt man, dass man eigentlich diese perfekte Laufform sich antrainiert oder dass man, man läuft halt wie man läuft und wie es halt am ringsten oder am angenehmsten ist für einen, so läuft man halt. Also ich denke, im Ultra-Bereich läuft man öfters, wie man halt läuft. Wenn man jetzt da auf Track & Field zugeht, dann wird da schon viel mehr auf die Form geachtet und die Schrittfrequenz ist da halt schon ziemlich ausschlaggebend auch. Ich denke mal, da findet man sicher so eine Schrittfrequenz von 170 bis 190 Schritte pro Minute. Und ich persönlich bin der Meinung, dass es wichtig ist, da in diesem Bereich unterwegs zu sein. Natürlich ist auch wichtig, dass es schlussendlich natürlich ist und dass es automatisch funktioniert, ohne dass man daran denkt. Aber trotzdem merke ich bei mir, dass ich immer wieder ein bisschen diese Schrittfrequenz auffrischen muss. Ich muss immer wieder mal mit dem Taktgeber laufen, also mit der Uhr, die vibriert dann quasi auf den Schritt. Und dann kann ich die wieder ein bisschen hochdrücken und wenn ich dann halt wieder so ein paar Monate weniger auf meine Form achte, dann fällt die als alles erst runter eigentlich. Und wieso ist es so wichtig, diese in der richtigen Range zu haben? Ich denke mal, eine hohe Schrittfrequenz zu haben, reduziert die muskuläre Belastung, gerade auf die Länge ist es wichtig. Da macht man tendenziell kürzere Schritte, aber mehr Schritte. Gerade auch beim Abwärtslaufen ist es von Vorteil, wenn man halt mehr Schritte, kürzere Schritte, dann reduziert man die Belastung extrem. Und dann natürlich für Kürzrennen wie Marathon und Halbmarathon ist es einfach extrem wichtig, um überhaupt die Schnelligkeit für so ein Rennen zu erreichen. Vom Training her bis ja bei vielen diesen Ultra-Marathons geht man ja auf Trails. Also das heisst, vielleicht kannst du uns den Unterschied erzählen. Wie unterscheidet sich das von einem typischen Marathon? Ja, grundsätzlich gibt es beim Marathon halt auch den Straßenmarathon und den Berglauf, den Bergmarathon. Ich bin jetzt eher der Bergläufer und Berg-Ultra-Läufer. Da gibt es natürlich auch Straßen-Ultras, wo man halt flachläuft. Ja, ebenso der Berg-Ultra, da hat es halt immer ziemlich viel Höhemeter drin. Es ist je nachdem technisch. Und technisch heisst Wurzeln, grosse Steine. Genau, ja. Ja, genau. Ja, halt einfach, man ist halt im Gebirge unterwegs und dann kommen man halt an Stellen oder je nachdem auch nach Witterung hat es halt Schlamm oder es ist einfach mehr Herausforderungen, mehr Sachen können noch schieflaufen, nebst den Basis-Sachen. Ist der der Ultra-Trail Mont Blanc oder du sagst, das ist ein bisschen die olympische Disziplin. Gibt es noch andere, grössere Rennen, die du vielleicht auch dazu zählen würdest? Ich habe vom Moab 200, das ist ja das 200-Meilen-Lauf, auch schon gehört. Ist das mehr so ein bisschen einfach ein Lauf für Verrückte oder gehört der auch zu diesen erstrebenswerten Läufen? Also ich denke, alles über 170 Kilometer ist schon so ein bisschen Laufen für Verrückte. Ich finde das natürlich auch sehr cool. Ich möchte das unbedingt mal versuchen, aber grundsätzlich ist so 170 ist die Königsdistanz und ich denke jetzt mal, viele laufen dann halt auch so um 80 Kilometer, 50 Kilometer, was natürlich auch schon Ultra ist, aber ist dann machbar. und so Moab 200 und Toll-de-Jean, das sind dann schon ziemliche Monster-Life, also da ist man ja auch extrem lange unterwegs und da kommt dann natürlich auch Schlafmangel und andere Probleme noch hinzu, die man vielleicht beim 170er noch nicht wirklich hat. 170 Kilometer ist, wie lange dauert es ein Rennen? Also wenn man jetzt den UTMB nimmt, da ist der Kilian jetzt gerade unter 20 Stunden gelaufen. Ja, das Rennen ist 170 Kilometer und hat ungefähr 11.000 Höhenmeter drin. Ja, das ist schon ziemlich schnell. Kannst du uns mitnehmen in so einen Lauf? Das ist ja, um das zu vergleichen, 170 Kilometer, das ist gut viermal ein Marathon oder etwa viermal ein Marathon und Innenbergen mit vielen Höhenmetern, also wie viele Höhenmeter sind das zum Beispiel beim UTMB? Eben, da sind es so um 11.000 Höhenmeter. Okay, also eigentlich höher als der Mount Everest in einem Tag. Ja, genau. Was völlig absurd ist. Und wie sieht so ein Tag für dich, oder wenn du so ein Rennen von dieser Distanz oder 100 Kilometer läufst, wie sieht das für dich aus? Kannst du uns da mitnehmen vom Start bis zum Ziel? Ja, also grundsätzlich eben bei 100 Kilometer habe ich zum Glück nur die Hälfte an Höhenmeter. Ich bin noch nie so viele Höhenmeter gelaufen wie das UTMB mit 11.000. Aber so rund 6.000 in 100 Kilometer hat man auch. Ja, man läuft dann halt mal los am Anfang. Man plant das Ganze natürlich auch ein bisschen. man hat die gewissen Stellen, dann möchte man bei dieser Zeit ungefähr da sein. Und dann bis 50 Kilometer läuft man tendenziell schneller. Ja, man sagt dann auch, erst ab 50 Kilometer fängt das Rennen wirklich an. Ja, aufwärts läuft man halt auch nicht so viel. also da wandert man mehr oder wir sagen den Powerhiking oder und viele benutzen da zum Beispiel auch Stöcke und das ist auch der Ort, an dem man vielleicht nicht die meiste Zeit gewinnt, sondern die Zeit gewinnt man dann halt tatsächlich im Flachen oder vielleicht beim Runterlaufen, wo man dann tatsächlich auch läuft oder schneller wieder läuft. Also es ist so ein bisschen Mix zwischen Powerhiking, Laufen und genau, durchhalten. Und du hast, ich nehme an das, also keine Stöcke zum oder läufst du auch mit Stöcken? Ja, bis anhin bin ich eigentlich alle Rennen mit Stöcken gelaufen, bis auf den Lavaredo, da bin ich zum ersten Mal eigentlich ohne Stöcke gestartet und ja, war eine neue Erfahrung. Ist das, hat das mit Style zu tun wie beim Freeski fahren? Wo ist da? Es gibt da schon ein bisschen Meinungen mit den Stöcken, also da gibt es tatsächlich Meinungen in der Szene, dass die da eigentlich nicht hingehören, dass es Laufen ist und Stöcke eigentlich nichts mit Laufen zu tun haben. Für mich spielt das keine Rolle. Ich finde, Performance ist Performance-Stöcke hin oder her. Jeder kann sie verwenden oder nicht verwenden und ja, ich finde, es bringt schon was und ich denke, in Zukunft werde ich je nach Rennen auch wieder Stöcke verwenden und es kommt dann auch immer ein bisschen darauf an, auf die Höhenmeter halt, ob man dann Stöcke nimmt oder nicht. Okay, also du gehst los, eben du hast die ersten 50 Kilometer, die eigentlich relativ locker sind und dann, wie kommst du dann irgendwann an deine Grenzen bei einer gewissen Kilometeranzahl? Ja, auf jeden Fall. Also, die ersten 50 Kilometer sind nicht immer locker. Bei mir war es jetzt so, aber da gibt es auch andere Geschichten, dass man in den ersten 50 Kilometern wirklich, dass es wirklich anstrengend ist, dass man da große Probleme hat und dass sich das irgendwie auflöst nach 50 Kilometer, also Ultra ist wirklich auf und ab, auch emotional und körperlich vom Gefühl her, von der Anstrengung. Ja, aber ich denke mal sicher, bis Kilometer 70 geht es besser und dann die letzten 30 Kilometer sind dann wirklich meistens überleben für alle. Also, ich kann nicht für jeden sprechen, aber ich denke, die meisten haben da mehr zu kämpfen und da gibt es dann halt das Motto durchhalten. Und überleben, ist das körperlich oder mehr emotional? Körperlich sicher, also runterlaufen schmerzt echt nach 70 Kilometer, da freut man sich auf das rauflaufen oder vielleicht flachraufen, aber alles, was runter ist oder ja, so moderat hoch, dass man laufen muss und nicht wirklich powerhiken kann. Das sind so die Stellen, die dann wirklich herausfordernd werden, muskulär und dann mental hat jeder so seine Probleme. Also, ich habe da zum Beispiel ganz spezifisch die letzten fünf Kilometer, was eigentlich ziemlich lustig sind bei mir die schwersten. Also, ich habe mir da echt schon Gedanken gemacht darüber, ob ich jetzt abbrechen sollte in den letzten fünf Kilometer. Nach 95. Ja, irgendwie hat man da so seine eigenen Struggles und jeder hat seine. Was sind das für Gedanken, die dich in diesen Momenten einholen oder dieses dunkle, düstere, mit dem ja so viele Ultraläufer zu kämpfen haben? Also, da hat man ganz verrückte Gedanken, zum Beispiel im Valleys habe ich den Swiss Alps 100 gemacht und da habe ich mir so kurz nach der Mitte wirklich gedacht, hey, hoffentlich haut es mich hin und ich breche mir was, dann kann ich aufhören, weil sonst höre ich ja nicht auf. Und ja, da macht man sich halt so Gedanken im einen Moment und im nächsten Moment ist man dann voll auf dem High wieder und denkt sich, ja, ist ja voll easy, geht alles gut. Ja, das variiert zwischen Kilometer, je nachdem. Gibt es da Strategien, die du vielleicht dir ein bisschen antrainieren konntest oder lernen konntest, wie du in diesen sehr belastenden Momenten umgehst oder wie du dich, du bist ja dann alleine, es ist nicht, du bist nicht in einem Stadium mit 100.000 Fans und mit zehn anderen Mitspielern, sondern du bist einfach alleine und musst irgendwie mit deinen Gedanken umgehen können. Genau, also da wir variieren jetzt auch ziemlich zwischen Rennen, also zum Beispiel beim Lararedo, der auch schon grösser ist, hat man halt auch viele Leute an der Strecke, die motivieren, das ist echt cool, das bringt was. Grundsätzlich, wenn man alleine ist, finde ich immer cool, wenn man so an die nächste Verpflegungsstelle denkt, ja, da trifft man wieder seinen Coach oder die Family oder halt jemanden, den man kennt und auf das freut man sich echt und das ist immer so ein Ziel, hey, dahin schaffe ich es noch und dann schaue ich weiter. Also das ist so wie ein bisschen Etappenrennen in dem Rennen selbst, man macht Schritt für Schritt. Also du hast eigentlich diese Entscheidung, das Rennen aufzugeben und sagst, ich triff sie nicht jetzt, sondern ich gebe es dort und dann schaue ich es, reevaluiere es, weil du weißt, dass zu diesem Zeitpunkt du dann einen Motivationsschub eigentlich kriegst. Ja, genau und ich denke mal, man denkt auch nicht wirklich rational, wenn man alleine da unterwegs ist und einen Tief hat und dann halt im Gespräch mit irgendwie mit deiner Familie oder Coach oder was auch immer kommt man dann ein bisschen auf die Welt und denkt, oh ja, ich bin ja eigentlich noch immer vorne oder voll gut platziert, wieso sollte ich aufhören, ich schaffe es auch noch weiter zu laufen, komm, das geht noch und dann geht man weiter. Ja, das ist sicher so eine Strategie. Dann gibt es auch noch die Ernährung, da kann man auch noch recht viel machen, dass man sich da so verschiedene Sachen auswählt und zufügt und denkt ja, das bringt jetzt was, vielleicht bringt es nichts, aber mental ist es dann halt auch wie so ein Effekt. Gibt es da auch Supplements oder gewisse Dinge, die man essen kann, einfach für, sagen wir, für das Gemüt, also jetzt nicht Drogen im klassischen Sinne, aber so Stimmungsaufheller, vielleicht nicht Schokolade, aber so in diesem Sinne vielleicht. Ich wüsste nicht, ob es da wirklich was gibt, das physiologisch irgendwie einen Einfluss hat. Auf jeden Fall ist Koffein so ein Ding, das man halt nimmt auf Ultras. Ja, das ist bei mir etwas, das auch ziemlich gut wirkt und ich weiß auch, in welchen Stellen im Ultra ich die, ich habe so Koffeinpillen einnehmen muss, um dann irgendwie wie so über diese Lows, über diese dunklen Zonen hinaus zu laufen. Also die nimmst du dann bewusst eigentlich für diese, sagen wir, emotional schwierigen Stellen und nicht zum Beispiel immer, wenn es bergab geht? Ne, da nehme ich das schon vorher. Ich weiss zum Beispiel, bis jetzt war es immer so, dass ich bei Kilometer 25 bis 35, da kommt irgendwann mal so ein Tief und nachher kommt eigentlich nie mehr so ein grosses Tief wie da und da weiss ich, ab Kilometer 25, da nehme ich die Koffeinpille, die wirkt so nach 20 Minuten, eine halbe Stunde und dann ist das nicht so ganz so schlimm, dieser Bereich, genau. Was hast du sonst noch beim Lauf dabei? Also manchmal Stöcke, du hast die Shales, das ist dann in einem, in einem kleinen Rucksack, oder? Ja, also man hat so ein Pflichtequipment, das man auch immer dabei haben muss. Man ist ja in den Bergen, man muss geschützt sein gegen die Witterung, da ist je nach Laufveranstalter mehr oder weniger Verpflichtung, ja, meistens eine Rettungsfolie, vielleicht eine Jacke, eine Regenjacke, ab und zu auch lange Hosen, Handschuhe, je nach Lauf, wenn es durch die Nacht geht, natürlich Taschenlampe und Batterien, Ersatzbatterien. Ja, das ist so ein bisschen das Hauptequipment. Das nimmst du dann auch während den Trainings mit diesem kleinen Rucksack? Nein, ich trainiere tendenziell eher wenig mit dem Rucksack. Ich mag das nicht so, an meinem Körper zu haben und ich denke, die Form leidet ein bisschen drunter, aber ich denke, in Zukunft ist es vielleicht sinnvoll, auch den mehr im Training mit zu haben und vielleicht auch mit vollem Gewicht, weil es ist dann schon irgendwie spezifisch auf dem Lauf und schlussendlich muss man das Rennen mit dem Extragewicht machen. Vielleicht ist das gut, wenn man das ja mehr im Training einbindet. Was siehst du vielleicht auch bei anderen Läufern? Was sind die häufigsten Fehler, die man während dem Rennen macht? Als Außenstehender hat man das Gefühl, ja, das ist einfach, man rennt einfach, aber was sind da spezifische Dinge, die oft nicht gut gehen? Ich denke mal, Ernährung, nur nach Gefühl einnehmen. Ich denke, da ist sicher wichtig, dass man so ein bisschen Timing hat, jede 20 Minuten nehme ich ein Geel. Solange man das auch verträgt, das ist nicht für jeden gut, aber wenn man das verträgt, dann ist es gut. Denke ich, alle 20 Minuten Geel und dann vielleicht auf alle zwei Stunden so ein Energy Drink oder irgendetwas zu nehmen. Ja, so ein bisschen die Kontrolle über die Ernährung haben, das ist schon ziemlich wichtig. Und dann einfach auch bei den Verpflegungsposten, nicht einfach alles essen, was halt da ist. Das sind super tolle Sachen, aber die meisten Sachen, die sind halt trotzdem auch nicht so verdaulich. Ja, und dann halt auch die Pace gut über das ganze Rennen zu verteilen, das ist echt so ein bisschen eine Kunst, denke ich. Da bin ich selbst persönlich auch ziemlich schlecht drin. Ich gehe nach Gefühl meistens zu schnell raus und leide dann am Schluss mehr wie andere. Andere gestalten das ganz anders. zum Beispiel gibt es ein paar erfahrene Läufer, die das halt wirklich gut können und langsam starten und dann auf den Schluss eigentlich wirklich ganz vorne hineinlaufen. Und das ist eigentlich die hohe Kunst und denke ich auch die Zukunft im Ultra-Bereich. Also wenn man vorne mithalten möchte in Zukunft, dann ist das sicher wichtig, dass man die Pace da gut verteilt. Und das Pacen machst du über eine Uhr, nehme ich an. Ja, also ich habe, das ist noch interessant, das geht vielleicht auch noch so in das Thema Strategie über Leben hinein. Ich habe eine Uhr und ich habe eine Zeit, die drauf steht, aber ich habe keine Kilometeranzahl. Ich will nicht wissen, wo ich stecke, kilometermäßig, sondern nur zeitmäßig. Also ich rechne da rein zeitmäßig und denke, ja beim nächsten Posten, da weiß ich, dann muss ich da und da, muss ich bei diesem Posten sein. Aber die Kilometeranzahl, die habe ich bis jetzt immer ignoriert oder wollte ich halt einfach nicht wissen. Und was hast du für eine Uhr? Ich habe jetzt eine Kurs im Moment. Wie ist da, ich finde es so spannend, in den letzten, oder vor ein paar Wochen, glaube ich, ist von Apple die neue Apple Watch Ultra rausgekommen, mit dem Ziel, ja eigentlich Ultraläufer, mit ans Boot zu holen, diese Extremsportarten. Was hältst du von der Uhr? Ich habe mir die Uhr selber nicht so genau angeschaut, aber ich war sehr überrascht. vor allem denke ich, das Launch-Video war, glaube ich, mit Scott Durek, das ist, glaube ich, so ein, also das ist ein sehr bekannter Läufer und schon ewig dabei im Ultra-Bereich. Ja, ich weiß nicht so recht, was ich davon halten möchte, mit Apple und Apple in diesem Bereich, aber irgendwie ist das halt auch cool, es zeigt mir, hey, die Sportart, die wächst wirklich, wenn Apple an dieser Sportart Interesse hat, dann ist das sicher gut für den Sport, denke ich. Wie wichtig ist für dich diese, oder sind für dich diese Analysen, auch vielleicht von der Herzfrequenz während dem Training, ist das einfach ein bisschen Gimmick, oder kannst du, welche Informationen holst du eigentlich über deinen eigenen Körper, jetzt konkret über die Herzfrequenz von einem Training raus? Also, ich bin ein bisschen Data-Freak, da gibt es ganz unterschiedliche Sporter, viele arbeiten auch nur nach Körpergefühl, ich arbeite bis anhin eigentlich meistens mit Herzfrequenz, dann eben die Schrittrate nehme ich raus, dann gibt es auch so Pods, da kann man schauen, wie sich das Gleichgewicht auf beide Füße verteilt, ist man symmetrisch, läuft man symmetrisch die Laufform spielt da hinein. Also ist das etwas, das du dann anpassen kannst, wenn du merkst, du belastest ein Fuss mehr als den anderen, dann beim nächsten Rennen versuchst du ein bisschen mehr Gewicht nach links zu verlagern, oder? Ich weiss nicht, ob man das so spezifisch und gewollt anpassen kann, aber ich denke mal, es weist einfach auf einen Fehler hin, wo man sicher daran arbeiten kann, ja, wahrscheinlich mit Formtraining und vielleicht verschiedenen Möglichkeiten, ich musste das bis anhin nicht anpassen wirklich, aber ich habe zum Beispiel jetzt gesehen, als ich verletzt war, da sind so eineinhalb Prozent Abweichungen zwischen den beiden Beinen und ja, das ist vielleicht dann nicht so gut, weil auf Dauer das dann auch Schäden hinterlässt, je nachdem. Also das war, hat sich das schon vor der Verletzung dann angekündigt oder erst bei der Verletzung? Ne, das war schon bei der Verletzung und das zeigt dann halt einfach, hey, du läufst nicht so rund, auch wenn das sich vielleicht rund anfühlt, ja, die Verletzung ist trotzdem da, ja. Und sonst von, eben du sagst, du bist ein Data-Freak, wie, was kannst du sonst noch eigentlich aus diesen Daten herausholen? Also ich denke mal so ganz neu und sehr attraktiv für, für, zum Trainieren ist halt Power, wie auch im Fahrradfahren. Da ist man halt noch nicht so weich, weil man hat nicht einen genauen Kraftwert wie am Fahrrad, wo man das genau bewerten kann. Also das ist ein Algorithmus, der schlussendlich deine Kraft berechnet, die du von dir gibst beim Laufen. Aber mittlerweile wird das schon regulär eingesetzt. Mit dem Ziel dann die Power immer auf dem gleichen Level konstant zu halten oder effizienter zu laufen, dass die Power allgemein nach unten geht? Also zum einen kann man das halt auch als Messwert nehmen, wirst du fitter. Da hat man eine Power-Curve und dann sieht man halt zum Beispiel über eine Stunde kann ich so und so viel Power halten, bevor die Power halt nachlässt. Und schlussendlich kann man das auch für das Intervall-Training ziemlich gut nehmen, weil beim Intervall-Training geht man halt dann irgendwie so fünf Minuten ein bisschen schneller und drückt die Herzfrequenz hoch und je nachdem geht man halt zu schnell am Anfang und dann hält man das Tempo nicht für die ganzen fünf Minuten. Mit der Power kann man halt wirklich wie kontrollieren, hey, wenn ich bei dieser Power laufe, dann weiß ich, gehen die fünf Minuten auf. Genau. Was du eben auch mir vor dem Interview noch erzählt hast und das ja, ich würde jetzt nicht sagen, widerspricht sich ein bisschen, aber eben du weißt ein bisschen so das Analysieren, die Daten, die du spannend findest und dann hast du aber auch gesagt, was du eigentlich so liebst am Lauf ist die Monotonie, so ein bisschen diese oder ein bisschen das Meditative. Ja, ich finde das Meditative ist nicht unbedingt im spirituellen Sinn so, dass ich in mich hineingehe, sondern wirklich, ich denke im ganzen Training nur an das Training, nur an die Daten und an die Werte und das finde ich dann schlussendlich meditativ, also das finde ich irgendwie beruhigend, weil das ist wirklich, ich kann das ziemlich überall mit meinem eigenen Körper kontrollieren, voll und ganz und das ist das, was mich fasziniert eigentlich an der Sportart oder am Sport allgemein. Also du bist dann eigentlich sehr fokussiert, diese Werte live während dem Training anzupassen. Ja, also ich höre da schon auch auf das Körpergefühl, ich schaue da nicht immer auf die Uhr, aber ja, es ist, ich bin immer am Arbeiten an mir und ich finde das super spannend, mich voll und ganz auf das zu konzentrieren, da vergesse ich wirklich alles andere im Leben und das Training zählt für diese eineinhalb Stunden, zwei Stunden und genau. Wie gehst du mit Musik um während dem Rennen? Was hörst du oder hörst du überhaupt etwas? Ich höre manchmal Musik, ich denke mal so an den Tagen, an denen ich keine Lust habe und das Training lang und easy ist oder vielleicht auch mal das eine oder andere Intervall, wo ich keine Lust habe, da brauche ich ab und zu Musik, hören tue ich ein bisschen kreuz und quer, oftmal Postbank oder so Rock, je nachdem, was für ein Training das ist, genau. Cool. Und ist das auch erlaubt während den Läufen, während den Rennen, dass man Musik hört? Ja, auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, wie viele im Spitzenbereich Musik hören, ich denke mal so im Mittelbereich, da hören echt viele Musik. Ich habe bis jetzt anhin noch nie Musik gehört beim Rennen und finde das eigentlich auch mega cool, weil man ist da während dem Rennen so ein Tunnel drin und mit den Fans und allen, die an den Zeiten anfeuern. Ich finde, das ist so ein Erlebnis und da würde ich mich abkapseln mit der Musik, denke ich. Okay. Du hast das High auch angesprochen, das Runner's High. Wie fühlt sich das an für einen Nichtläufer oder jemand, der noch nicht so lange Distanzen gelaufen ist? Ist das ein Mythos oder ist das etwas, gibt es das oder ist das einfach? Auf jeden Fall ist es immer so die Errungenschaft, also es fühlt sich an, wie hätte man wirklich etwas erreicht im Leben in diesem Moment. Also es ist wirklich so ein, ja jetzt habe ich was Gutes gemacht, auf jeden Fall. Und ich meine, es ist so ein, jeder von diesen langen Läufen ist so ein Adventure. und ein Adventure hat dann meistens, wenn man es erreicht, so ein High halt am Schluss. Genau. Und dann halt auch hormonell ist das, auch nach jedem Training fühlt man sich gleich besser, halt einfach, weil der Körper gewöhnt sich an diese Hormone und die braucht man dann halt fast auch immer. Das ist etwas, das für dich nach dem, mehr nach dem Training oder nach dem Lauf kommt und nicht unbedingt während dem, während der Anstrengung selber. Ja, auf jeden Fall. Also Training fühlen sich nicht immer super an. Manchmal fühlen sie sich wirklich toll an, aber nach dem Lauf fühlt man sich halt meistens super fit und gut. Und ich finde dann auch am Abend ist das immer so eine wohltuende Erfahrung. Also wenn man dann halt ein Training macht und man ist dann wirklich müde und man schläft dann wirklich gut. Ich merke das jetzt zum Beispiel, ich bin verletzt, ich trainiere halt wirklich wenig im Moment, darf nur wenig trainieren und da schlafe ich halt am Abend einfach nicht mehr so gut. Also ich habe Mühe einzuschlafen. Erzähl uns doch ein bisschen über deine, noch über deine Verletzung. Wie trainierst du im Moment, wie kannst du das umgehen, das nicht laufen können? Ich habe jetzt angefangen einbeinig Rad zu fahren, auf dem Indoor-Rad. Dann habe ich so Dryland Swimming nenne ich das, habe ich so eine Art Übung gefunden mit dem Stretching-Band, wo ich halt so eine Stunde lang mit dem Stretching-Band so schwimmen simuliere. Weil du nicht wirklich schwimmen darfst? Ich bin einfach nicht der Schwimmer oder ich bin noch nie schwimmen gegangen als Training. Ich möchte das jetzt schon auch mit einbinden und auf alle Fälle auch, um Zeit zu sparen. Für mich ist Training auch immer so ein bisschen zeiteffizienz bedingt. Möglichst wenig Zeit, möglichst viel erreichen und dann geht das halt zu Hause. Und ja, da bietet sich das gut an. Genau. Und das einbeinige Radfahren, machst du dir da nicht Sorgen, dass du dann ein richtig kräftiges Bein hast und eines, dass du am Schluss ein bisschen unbalanciert bist? Ja, auf jeden Fall ein bisschen. Man sieht das auch jetzt schon, dass eine Differenz da ist. Aber ich weiß auch, wie schnell das geht, dass sich der Körper wieder eigentlich im Gleichgewicht anpasst, wenn man da richtig trainiert nachher. Ich denke, vielleicht kompensiere ich auch später im Training, dass ich mit dem anderen Bein nur ein Bein nicht fahre für eine Zeit lang und das trainierte Bein eigentlich ein bisschen ruhen lasse. Mal schauen, wie ich das genau mache. Aber ja, es ist sicher etwas, was man in Betracht ziehen muss. Und es gibt ja auch gewisse Studien oder Effekte, die Effekte aufzeigen, dass wenn man eine Seite des Körpers trainiert, die andere Seite automatisch ein bisschen mitwächst. Ja, das gibt es tatsächlich, habe ich auch gelesen. Das finde ich sehr spannend und vor einer Woche ungefähr habe ich mein zweites oder drittes einbeinige Training gemacht und ich habe tatsächlich so ein bisschen Muskelkampf hat er auf der anderen Seite gehabt. Schlussendlich weiß ich nicht von wo oder wie, wahrscheinlich vom Training und ich denke, das kann es schon geben. Ich denke, der Körper arbeitet manchmal, manchmal sehr seltsam. Wie lange musst du dich jetzt schonen auf der verletzten Seite? Also ich darf da wirklich nur so eine Teilbelastung drauf geben für vier bis sechs Wochen. Ja, die Stelle, wo es gebrochen ist, ist heikel, daher eher sechs Wochen. Und dann darf ich wahrscheinlich mit milden Belastungen wieder anfangen, schwimmen, Fahrrad fahren mit beiden Beinen halt und dann vielleicht nach so acht Wochen wieder laufen langsam. Was sind die wichtigsten Eckpunkte oder Pfeiler, um nach einem langen Rennen, nach dem Training sich optimal wieder regenerieren zu können und den Sport dann auch wirklich über viele Jahre durchhalten oder machen zu können? Das ist für jeden auch ein bisschen anders. Ich denke mal sicher, Cross-Training ist da sehr wichtig, vielleicht anstatt weiter zu laufen, gleich aufs Fahrrad umzusteigen für eins, zwei Wochen, vielleicht sogar im Monat. Und dann wirklich easy und das kommt halt auf drauf an, wo man ist in der Saison. Es gibt viele, die zum Beispiel so zwei Rennen ziemlich nahe aneinander stellen, sodass man eigentlich nur die Zeit überbrücken muss und nicht wirklich dazwischen trainiert oder auftrainiert. Und da geht es wirklich darum, eigentlich Vollgas drei Tage zu erholen, vielleicht gar nichts zu machen, dann aufs Fahrrad ein bisschen umzusteigen und dann schnell noch so ein paar Speed-Sessions zu laufen und dann das nächste Rennen zu machen. Und wenn man halt wirklich Zeit hat, dann vielleicht wirklich ausruhen nach dem Rennen, vielleicht sogar eine Woche wenig machen. Ich denke mal sicher, wichtig ist auch, die Beine ein bisschen zu bewegen. Das muss nicht immer trainingsspezifisch laufen sein, sondern vielleicht auch wandern, einfach um die Beine und diese kaputten Stoffe aus dem Muskelhaus zu schaffen. Wie wichtig oder gibt es etwas von anderen, sagen wir, Recovery-Methoden, die du sonst noch machst? Also zum Beispiel Eisbäder nehmen, in die Sauna gehen. Passt du deinen Schlaf irgendwie an nach einem grossen Rennen? Ich denke mal, da ist sicher wichtig, dass man wieder Zeiteffizienz im Kopf hat. Also wenn man zu viel an Recovery denkt, ist das vielleicht nicht mehr Recovery, sondern mehr Aufwand, wie es Recovery ist. Daher, ich tendiere da das Minimale zu machen. Für mich ist es ein Stretching. Ich gehe oft so auf die Blackroll oder auf den Ball, um die Trigger-Points ein bisschen zu lösen. Dann auf jeden Fall ist es gut, einen Physio zu haben und den regulär zu besuchen. Da kann man an sehr vielen Sachen arbeiten. Ja, das sind so die Hauptdinge. Und ich mache nicht so wirklich Spezielles, wie zum Beispiel Eisbäder oder so. Ich denke, das kostet mir mehr Zeit, wie es schlussendlich einen Benefit bringt. Also Schlafen ist dann die Nummer eins, finde ich. Also das ist wie lieber neun Stunden schlafen und das Stretching verpassen, anstatt sieben Stunden schlafen und stretchen. Ein anderes Thema, was mich auch mega fasziniert, ist diese Ultrarunner-Community, die irgendwie anders ist als in anderen Sportarten. Es sind so ein bisschen spezielle Leute, aber also im positiven Sinn meine ich das, aus ganz vielen verschiedenen Arten des Lebens. Und viele oder einige, wie soll ich sagen, der Aushängeschilder oder die vielleicht, ich glaube, wir haben ein bisschen zwei Szenen, also die Ultrarunner-Szene und dann die Aushängeschilder, glaube ich, auch in den amerikanischen Medien, wie David Goggins, Cam Haynes, die vielleicht nicht unbedingt die Profisportler in diesem Bereich sind, aber so diesen Lifestyle vom Durchhalten und Durchbeißen zelebrieren. Wie siehst du da die Rolle eigentlich dieser Ultrarunning-Influencer im Vergleich zu den Leuten, die das irgendwie einfach als Sport sehen? Also ich denke, das ist noch ziemlich ähnlich wie vielleicht Freestyle-Skifahren. Man hat auf der einen Seite jetzt die Olympischen Spiele, also beim Freestyle-Skifahren, wo es schon ziemlich seriös ist. Man muss da ein Sportler sein, Athlet sein vollkommen und dann kann man vielleicht da was holen auf dem Podest, sonst geht es nicht. Und dann gibt es die andere Seite, die macht das mehr so für Videos und für einen kompletten Spaß und mehr Influencer-Seite. Ich denke, das ist aber auch das Schöne, vielleicht am Ultralaufen genau. Also ein Projekt kann genauso viel wert sein, je nachdem wie so ein Wettkampf. Also da gibt es zum Beispiel so FKTs, Festes No-Time, da läuft man eine Strecke von A nach B irgendwo auf der Welt und macht einen Rekord und dann versucht jemand anders, diesen Rekord zu brechen. Und das ist eigentlich wirklich cool, dass es auch diesen Teil gibt. Und ja, bis jetzt ist es noch gemixt. Also es gibt die Athleten, die das machen und aber auch noch irgendwie Wettkämpfe laufen. Aber ich denke, in Zukunft wird sich das vielleicht auch ein bisschen mehr spalten. Dann braucht man Athlet zu sein, um Rennen zu gewinnen. Und das andere ist, ist man vielleicht auch ein Athlet, aber vielleicht auch mehr Abenteurer und halt auch andere Sachen sind wichtig, wie halt auf Instagram wirklich noch mehr aktiv zu sein, wie der Athlet. Im Moment, korrigiere mich, wenn ich das falsch verstehe, stelle ich mir vor, dass es wahrscheinlich schwierig ist, für die meisten professionellen Ultraläufer einfach vom Sport zu leben. Glaubst du auch, dass du da wie ein bisschen in diese Rolle gezwungen wirst, dass du auf Social Media dir ein bisschen eine Brand, ein Following aufbauen musst? Oder hoffen viele Läufer, das ein bisschen zu umgehen und einfach zu warten, bis der Sport wirklich mehr Fans hat, mehr Geld auch reinkommt, damit man dann einfacher davon leben kann? Also ich denke, irgendwie ist man auch noch glücklich im Ultra-Bereich. Also ich denke, man kann einfacher davon leben oder wenigstens ein bisschen etwas zu verdienen, wie in anderen Sportarten, Laufsportarten, kürzere Distanzen wie Marathon. Da muss man echt halt Kipchoge sein, um dann schlussendlich gut davon leben zu können. Aber ich denke, es kommt halt mit dem Nachteil oder Nachteil, Vorteil, wie man das halt sieht, dass man halt auch aktiver auf Instagram sein muss, dass man halt da muss sein und die Sensationen präsentieren muss, die vielleicht manche Leute im Ultraläufer sehen. Also im Moment muss man schon noch so ein bisschen das Abenteuer präsentieren. Und ja, vielleicht ändert sich das in Zukunft. Aber die meisten sind halt schon aktiv auf Instagram und machen dann ab und zu auch mal so ein Projekt, was auch andere Leute anspricht, die sich nicht nur für den Wettkampf interessieren. Und das Geld verdient man dann durch das Preisgeld von einem Lauf oder kommt das eher durch Sponsoren, die einem nicht finanzieren? Grundsätzlich sind die Preisgelder ziemlich schlecht im Ultrarunning-Bereich. Im Trailrunning-Bereich, in kurzen Distanzen, ist es schon besser. Daher kann man davon wirklich nicht so leben, denke ich. Vielleicht in gewissen Ländern, ich weiss nicht. Und vielleicht, wenn man alles gewinnt. Aber das ist halt das Ding, wenn man in Ultraläufer läuft, dann läuft man drei Rennen pro Jahr. Und auch wenn das Preisgeld höher ist, es sind nur drei Rennen und es ist nicht ein Ironman oder Tour de France, wo man eine Million oder weiss ich was kriegt. Und ja, und die Sponsoren sind dann halt schon das Wichtigste. Also die zahlen einen. Und ich denke, die sind dann halt wirklich auch meistens interessiert an der Präsenz auf Instagram und auf anderen Plattformen, nebst dem Athlet sein, ist dann halt auch Influencing schon so ein Ding. Das ist auch ein bisschen ein Trend, den ich beobachtet habe in vielen Sportläden. Denke ich, diese Ultrarunning-Schuhe sind Schuhe, denen wir viel mehr zugenommen haben. Und man sieht, dass auch Leute, die mit Ultrarunning-Schuhen arbeiten gehen. Wie erlebst du das Gefühl, dass da mehr Geld jetzt langsam in die Industrie fließt? Und hat sich das verändert jetzt über die letzten vielleicht fünf Jahre oder so? Ja, also die Sportart ist extrem gewachsen über Corona halt. Allgemein gab es ja so ein bisschen Outdoor-Boom. Viele sind wandern gegangen und ja, Wandern ist halt für viele langweilig. Dann ist halt Laufen das nächste, Trailrunning ist im Moment schon ein bisschen das Ding, denke ich. Und wie lange das anhalten wird, ob das nur so früh übergehend ist, weiß ich nicht. Vor allem denke ich halt immer so, die Sportart ist nur bedingt Mainstream-fähig, weil man braucht halt eine gewisse Fitness, um in die Berge zu kommen. Und ich weiß nicht, wie viel Spaß jetzt Trailrunning macht, wenn man nur fünf Kilometer aus der Stadt rauslaufen kann, weil man nicht genug fit ist, um weiterzulaufen. Daher denke ich, ist es eine schwierige Position für die Sportart. Aber vielleicht, ich weiß nicht, wie sich das entwickelt. Es könnte schon passieren, dass es noch weiter wächst. Eine mega spannende, faszinierende Persönlichkeit in der Ultrarunning-Szene finde ich Courtney D. Walter. Für die Nichtläufer, kannst du uns kurz erzählen, was das für eine Frau ist? Ja, also das ist sicher mal so ein Phänomen, bis jetzt einmalig. Ich denke, das ist eine Frau, die läuft nur für den Spaß. Die macht halt auch oft so wirklich lange Läufe für den Spaß, für den Training. Und ja, auszeichnend tut sie sich, dass sie wirklich alles macht. Also die läuft so ein Backyard-Ultra, die läuft halt auch in UTMB und Spitzenwettkämpfe. Die macht voll viel so Projekte, ist aber überall gut. Sie gewinnt alles, sie kommt ziemlich nahe so an die Männer heran. Und das ist echt krass, wie nahe halt. Ja, also wirklich eine spezielle Persönlichkeit. Und dann, wenn man sie kennt oder so von Videos kennt halt, ja, ist halt wirklich so eine gelassene Persönlichkeit. Und eher nicht so der Sportler, wenn man so hinschaut. Die macht das irgendwie nur für den Spaß und alles ist voll easy, aber sie macht es halt trotzdem spitzenmäßig. Und ist auch, wie du sagst, sehr erfolgreich, sehr nahe bei den Männern. Und der Unterschied eigentlich von den Männern zu den Frauen ist ja beim Ultra-Running auch weniger ausgeprägt als in anderen Sportarten. Ja, also ich denke mal, allgemein in Ultra-Sportarten kommen halt die Frauen näher an die Männer heran, weil da nicht die Limitation Muskeln besteht oder nur teilweise besteht. Und auch die aeroben Unterschiede zwischen Mann und Frau und all die physiologischen Unterschiede sind nicht mehr so entscheidend. Und man hat dann zum Beispiel auch festgestellt, dass Frauen weniger neurologische Ermüdungen haben in Ultra. Das haben sie zum Beispiel bei dem UTMB festgestellt. Da gibt es Studien. Was bedeutet das? Neurologische Ermüdungen? Also die Frauen können halt nach zwölf Stunden ihre Muskeln noch immer besser ansteuern wie jetzt der vergleichbare Mann. Und ja, sie haben durchaus auf die Länge dann Vorteile, die Männer nicht haben. Also sind in gewissen Bereichen bevorteilt und dann kommt das halt näher zusammen. Aber ich habe jetzt mal so einen Artikel gelesen, wahrscheinlich schlussendlich ist es halt trotzdem vielleicht nicht möglich, ganz an den Mann heranzukommen, wenn beide genau gleich fit sind, weil dann der Mann halt schon noch die Muskeln hat, die wichtig sind. Und ein Faktor ist das neurologische Ansteuern. Vom Schwimmen habe ich gehört, dass zum Beispiel die Unterschiede bei der Fettverteilung zu einem besseren Winkel im Wasser führen bei der Frau als beim Mann. Und jetzt im Ultra-Running, du hast gesagt, es sind verschiedene Faktoren. Weisst du, ob es da noch konkret welche anderen, dass es gibt? Ja, im selben Artikel, wo so der Vergleich zwischen beiden Geschlechtern diskutiert wurde, war zum Beispiel, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, auch das Fett ein Thema. Also die Frauen haben tendenziell, glaube ich, mehr braune Fettzellen und die sind halt ziemlich wichtig für den Fettstoffwechsel, genau auch im Sport. Oder die können mehr Energie vom Fett ausliefern in die Muskeln und das ist dann schlussendlich auch entscheidend, vielleicht im Ultra-Bereich, genau. Lass uns noch ein bisschen über so die speziellen Ultra-Rennen sprechen, die es gibt. Gibt es eines, das du besonders spannend oder faszinierend findest oder das du sehr gerne mal laufen würdest? Ja, da gibt es eine Menge. Also sicher mal den UTMB, den langen, den 170er. Das ist so ein Race, das ich unbedingt machen möchte und das ich schlussendlich auch. Ich meine, meine Ambition ist, das Rennen zu gewinnen. Das ist so das, was ich machen will. Und dann auf jeden Fall möchte ich irgendwann mehr noch so in den Adventure-Bereich einsteigen, wo ich eigentlich angefangen habe. Also ich habe angefangen mit einer Reise durch die Schweiz, mit einem Lauf durch die Schweiz und einem Rucksack am Rücken, Schlafsack drin, so schnell wie möglich von A nach B. Und da habe ich die Via Alpina. Wäre ziemlich spannend, ja genau. So ein zweimonatiges Projekt, so schnell wie möglich über die Berge zu laufen. Was ist das für eine Route, die Via Alpina? Jetzt muss ich gerade überlegen. Die fangt, glaube ich, irgendwo im Osten in Trient. Also es ist eigentlich eine Durchführung der gesamten Alpen. Die gesamten Alpen nach Monaco, glaube ich, ja. Ich weiss nicht, wo der Startpunkt genau ist. Auf jeden Fall eine ultralange Strecke. Es gibt einen Rekord zu brechen da und auch ein Abenteuer, denke ich, ja. Wie viel, was sind dir die Distanzen und die Höhenmeter und Zeit, den Rekord, den du vielleicht brechen möchtest? Ich habe mich da jetzt nicht so umgeschaut die letzten Jahre, was der Rekord momentan ist. Aber ich glaube, es sind ein bisschen etwas über 2000 Kilometer und Höhenmeter mäßig, weiss ich nicht, wie viele das sind. Und du hast gesagt, zwei Monate hätte man. Ja, sicher, zwei Monate, denke ich. Also es gibt dann auch zwei Styles. Den einen wäre self-supported. Da geht man mit dem Rucksack und Schlafsack und ernährt sich selber. Man hat keine Hilfe von außen, außer die Hilfe, die man sich selber beschafft. Und dann gibt es halt Supported. Da hat man eine Crew, die trägt das ganze Equipment von A nach B. Man schläft in einem Bus vielleicht oder so. Genau. Zu diesen Abenteuerrennen zählt auch, denke ich, der Barclay Marathon. Und was ist das für ein Rennen? Das ist halt so ein ganz verrücktes Rennen. Ich glaube, das Konzept ist so, dass der Fahnschalter irgendwo im Wald halt so Zettel verteilt und die muss man dann einsammeln innerhalb von einer Zeit. Es gibt nicht wirklich Trails. Man muss da durch das Gebüsch laufen. Es ist mega lang. Es ist super technisch da. Es kann kalt sein. Es kann regnerisch sein. Ja, es ist wirklich ein ganz extremes Rennen. Und es gibt da zum Beispiel auch nur begrenzte Anzahl, die das Rennen überhaupt jemals beendet haben. Die letzten zwei Jahre haben, glaube ich, keine Läufer das Rennen beendet, soviel ich weiß. Ja, einfach, das ist wirklich etwas für Verrückte, denke ich. Was auch zu Schlagzeilen geführt hat, ist dieses Rennen. Ich weiss nicht mehr genau, wie lange es her ist, in China, als ich glaube, über 20 Läufer gestorben sind bei einem Schlechtwettereinbruch. Ja, ich meine, mit Witterungen muss man halt immer rechnen. Und so wie ich weiß, geht das Rennen halt wirklich durch so abgelegenen Areas durch, wo halt gar nichts ist. Wo man erstmal hinkommen muss, um diese Läufer dann auch abzuholen, wenn etwas ist. Und ich glaube, da war das auch das Mandatory Equipment einfach zu wenig. Da hat man zu wenig Mandatory Equipment, zu wenig Sicherheit in das Rennen hineingesteckt. Und ich denke, dann kommt es halt zu so einem Ergebnis. Ich denke, lieber die Läufer ein bisschen mehr tragen lassen und vielleicht einen oder anderen Posten mehr stationieren. Anstatt Minimalismus zu betreiben. Siehst du ähnliche Gefahren auch bei Rennen wie zum Beispiel eben dem Moab 200, wo man ja in der Wüste ist, noch die Hitze auch hat. Und dann die Läufer ja teilweise auch extrem weit voneinander entfernt sind, dass man nicht immer unbedingt Sichtkontakt zu einer Person hat, die einem helfen könnte. Was tut man da konkret, wenn man vielleicht selber in eine Notlage gerät? Ich bin da wirklich auch nicht so erfahren. Vielleicht nicht so ein Vorbild. Aber ich denke mal, hauptsächlich ist auch der Rennveranstalter halt schuld dran, wenn etwas nicht gut geht. Wenn jetzt eine Vielzahl von Läufern davon betroffen ist, wie in China, dann zeigt das immer, hey, das ist ein Problem vom Veranstalter vielleicht, mehr als von den Läufern. Aber man kann dann als Veranstalter auch nur begrenzt Sicherheit gewähren. Die Läufer sind ja ziemlich lange immer. Und es ist ein extremer Aufwand, überall immer die Läufer zu verfolgen. Grundsätzlich hat man da jetzt Tracking oft dabei, GPS-Devices, die man dabei hat, um eine gewisse Kontrolle zu haben. Ich denke, das ist vielleicht noch wichtig. Und wenn man halt alleine ist und man merkt, etwas ist nicht gut, dann vielleicht halt einfach auf den Körper hören und lieber zu früh abbrechen als zu spät. Und die Tracking-Devices, kann man dort auch einen Notruf absetzen? Das weiss ich noch gar nicht. Also das weiss ich nicht. Aber mit der Uhr, mit der du läufst zum Beispiel, könntest du das nicht? Oder hast du auch ein Telefon, ein Handy dabei? Nein, aber meistens hat man ein Telefon dabei oder man muss ein Telefon mitnehmen. Ja, da könnte man das eventuell. Ich meine, für die Zukunft wäre es vielleicht schon sinnvoll, wenn man so Devices hat, wo man halt auch über Satellitensignal so einen Notruf loslassen könnte. Ich meine, das Handy hat nicht überall Empfang. Ich habe dort bei diesem Rennen in China auch gelesen, dass man dann nachher die Herzfrequenzdaten, eigentlich der Läufer, die dann gestorben sind. Und die sind ja dann, ich glaube, es war dann ein Schlechtwettereinbruch. Es kam zu Wind bis zu 100 Kilometer in der Stunde, Regen. Und die sind dort dann relativ schnell auch erfroren. Dann hat man wirklich auch auf den Smartwatches gesehen, wann der Puls auf Null war. Klasse. Gibt es ein Rennen, das dir speziell in Erinnerung geblieben ist? Dass du vielleicht, weil es eine sehr gute sportliche Leistung war oder aus einem anderen Grund? Ja, es ist ziemlich her, den Swiss Alps 100, den Wallis, da war es einfach extrem warm. Ich glaube, das war der heißeste Tag letztes Jahr. Es war ungefähr 34 Grad und im Wallis, da staut sich die Hitze zum Mahl zwischen den Bergen. Und es ist wirklich stickig, kein Wind. Und ja, das war einfach eine extreme Anstrengung. Und ich dachte dann ein paar Mal, jetzt kommt es dann zum Hitzeschlag. Das ist etwas, was ich nie mehr vergessen werde, weil es ist das Härteste, was ich jemals gemacht habe, glaube ich. Und dort hast du den Lauf auch gewonnen? Ja, schlussendlich habe ich den Lauf da gewinnen können. Du hast 34 Grad, das war die Temperatur auf 3000 Meter Höhe dann auch, oder unten im Tal. Ja, das Krasse war echt, dass halt oben auch gar kein Wind war und die Sonne am Mittag einfach voll heruntergeknallt hat. Und ja, da denke ich zum Beispiel, das ist ein Thema für Rennveranstalter, um das Rennen sicher zu machen. Also ich habe den Lavaredo gemacht, da startet man halt in der Nacht und dann hat man halt so die Hitzestunden nicht so lange. Und das ist sicher so ein Thema, um ein sicheres Rennen zu gewähren. Je nachdem im Sommer, im August ist es vielleicht wichtig. Wie bist du mit der Hitze umgegangen? Gibt es da Tricks, die du anwenden kannst, um deinen Körper ein bisschen abzukühlen? Ja, lustigerweise war da Schnee auf der Strecke oben, also an den höchsten Stellen. Und da konnte ich mir dann so Schnee in den Cap irgendwie so unter den Cap legen und das half ziemlich gut. Und schlussendlich einfach Ernährung und Wasser im Griff zu haben, nicht zu viel, nicht zu wenig. Genau, aber ja, da war die Hitze halt so krass, dass man halt einfach ausgesetzt ist. Und da kann man nicht mehr viel machen eigentlich. Das nächste Rennen, auf das du dich am meisten freust oder auf das du den Fokus gesetzt hast, was wäre das für dich? Ich habe so ein bisschen einen Plan. Nächstes Jahr wäre in Innsbruck die WM. Da möchte ich mich dafür qualifizieren, für die längere Distanz. Ich glaube, das sind jeweils 80 Kilometer bei der WM, die Long Distance. Und dann sicher der CCC, also mit dem habe ich noch nicht abgeschlossen. Den möchte ich unbedingt noch richtig laufen. Und dann vielleicht jetzt früh, als frühes Ziel wäre vielleicht der Transgang Canaria ein Ziel. Der wäre schon im Winter, genau. Und der CCC sind ja die 100 Kilometer beim Ultra Trail Mall. Wieso möchtest du dort nicht gleich den 170 Kilometer probieren? Ist das ein zu grosser Sprung? Oder was sind da die Beweggründe? Zum einen mag ich die 100 Kilometer Distanz einfach mega. Ich finde, das ist so ein Ausgleich zwischen... Man hat trotzdem noch ein bisschen Schnelligkeit. Man muss noch mehr laufen, schneller laufen. Und trotzdem hat man den Ultra Aspekt drin. Und ich glaube, 170 ist dann schon wieder viel mehr Strategie, wie man das Ding überhaupt überlebt. Und ja, daher finde ich die 100 Kilometer Distanz momentan passend. Und dann denke ich, ich bin jetzt einfach noch extrem jung für die Ultradisziplin. Ich kann mir da echt Zeit geben. Mein Körper braucht die Zeit anscheinend auch. Ansonsten hätte ich mich wahrscheinlich nicht verletzt. Also ich denke, ich gehe das Ding einfach ein bisschen langsamer an jetzt in Zukunft. Die Langlebigkeit ist auch etwas, das ich mir vorstelle, dass es irgendwann dann limitierend wird für viele Läufer. Ich weiss, ich habe mich vor einiger Zeit mal sonst ein bisschen mit dem Laufen und den Studien befasst, wie das ist, auch mit der Abnutzung der Gelenke. Und ich glaube, das ist auch die Studienlage nicht ganz so einheitlich. Ob es jetzt gut oder schlecht ist für die Gelenke, Strasse, Teer, Kies in den Bergen, Geröll. Was ist dein Bauchgefühl? Denkst du, dass du mit 90 selber noch voll fit bist, rennst mehr als alle anderen oder dass du dann im Rollstuhl sitzt? Das ist eine sehr schwierige Frage. Das weiss ich ehrlich gesagt nicht. Momentan denke ich, wenn ich das Ganze kontrollieren kann und nicht mehr so viele Verletzungen in Zukunft habe, wenn ich es ein bisschen langsamer angehe, habe ich mehr Benefits vom Laufen wie negative Effekte und daher verlängere ich eigentlich meine sportliche Karriere im Gegensatz zu gar keinem Sport oder sogar vielleicht mein Leben. Ich weiss nicht, ich denke, es ist gesünder, wie es ungesund ist. Dennoch denke ich, dass Ultra schon eine extreme Belastung ist oder halt jeder Leistungssport eine extreme Belastung ist. Und da gibt es halt schon extreme Unterschiede. Also da gibt es Spitzensportler, die halt mit 40 fertig sind, die sind allgemein mit dem Körper am Ende. Und dann gibt es die, die mit 80 halt noch voll fit sind und da hat es wirklich was gebracht. Also ich finde es schwierig, so zu verallgemeinern. Das Alter ist auch ein spannender Bereich. In vielen Sportarten im Fussball ist man mit gut 20 in Topform. Aber beim Ultrarunning sind viele der besten Läufer schon über 30. Was siehst du hier die Gründe? Sind das mentale Gründe oder braucht es einfach so lange, bis die Gelenke und Muskeln ready sind für so eine Belastung? Ich denke, beim Laufen ist es halt schon wirklich das Ready-Sein. Also wenn man auch so Marthondistanz mit dem Fahrtfahren vergleicht, dann ist man beim Fahrtfahren viel früher auf langen Distanzen unterwegs, wie jetzt beim Laufen. Da sind ja die Marathonläufer echt zwischen 30 und 40 und erreichen ihr Top-Level erst im hohen Alter sozusagen. Ja, ich denke, das braucht einfach extrem viel Zeit, bis man sich an diese Belastung gewöhnt hat. Und ich denke, jetzt gerade im Ultrabereich gibt es eben jetzt immer mehr so junge Leute, die einsteigen. Und das ist vielleicht echt das Fatale dann, dass die ein Jahr Vollspitze sind, weil der Motor und die Leistung ist da. Aber sie machen halt den Körper innerhalb von einem Jahr total kaputt und dann ist die Karriere fertig. Also ich denke, das ist jetzt zum Beispiel auch meine grösste Angst bei mir selbst, dass ich mich wie übernehme. Und daher denke ich, ist es wichtig, dass man das auch gibt, die Zeit. Was würdest du jüngeren Läufern als Tipp weitergeben, wenn jemand sagt, hey, aktuell gehe ich vielleicht zwei-, dreimal in der Woche joggen, für eine halbe Stunde, eine Stunde, relativ kurz, um das Ganze zu steigen oder besser zu werden. Und das auch über längere Distanzen, über längere Zeit. Und das bis vielleicht auch in einem höheren Alter dann machen zu können. Ja, ich denke sicher mal, im Training sich eher zurückzuhalten. Wie gesagt, ich finde für den Ultralauf, auch wenn man jetzt zum Beispiel so ein Ziel hat, so einen 50-Kilometer-Lauf zu laufen mit, sagen wir, sieben Stunden, zehn Stunden Training in der Woche, ich denke, das geht. Aber wichtig ist, dass man halt vielleicht nicht auch im Training die ganze Zeit so lange Distanzen läuft, dass man da so ein bisschen Ausgewogenheit hat. Und dass man auch nicht einen Übermut hat und merkt, hey, man wird fitter und danach halt auch immer schneller laufen geht, sondern dass man sich da zügelt. Lieber 90 Prozent wirklich langsam zu laufen, unter dem Tempo, das vielleicht eigentlich Spaß macht. Und dann halt wirklich die Basis auf Dauer zu schaffen, anstatt halt so, ich denke, ich bin nicht so ein Vorbild, innerhalb von drei Jahren da Vollgas hineinzugehen. Also das sollte nicht der Fall sein, denke ich. Was würdest du mir für einen Tipp geben, wenn ich, ich renne aktuell vielleicht dreimal in der Woche je acht Kilometer, relativ gemütlich, wenn ich jetzt, wie lange müsste ich mir Zeit nehmen, um, sagen wir, für einen Marathon zu trainieren, auf einer Strasse flach und wie viel Zeit müsste ich mir nehmen, um ein 100 Kilometer Rennen in den Bergen mit der 6000 Meter Steigung fast dem Mount Everest? Ich denke, der Ultramarathon braucht nicht länger Zeit wie ein Ultramarathon, von der Belastung her. Ich weiß nicht, wie viel sich da noch verändert. Aber ich denke jetzt für den Marathon sicher ein halbes Jahr, wenn man schon eine gewisse Basis hat als Läufer. Und sonst würde ich sicher ein Jahr, zwei Jahre vielleicht sogar sehen, dass man da wirklich langsam hineinwächst. Und jetzt für den Ultra würde ich genau das Gleiche sagen. Das ist halt noch nicht so erforscht, denke ich. Darum weiß ich auch nicht, kann ich da nicht irgendwie etwas sagen dazu. Aber ja, einfach möglichst lange. Und ja, grundsätzlich denke ich auch, wenn man sich halt ready fühlt für einen Marathon, leistungsmäßig und dann halt mal einen Marathon läuft, ist das nicht gleich fatal. Man kann vielleicht auch nach einem halben Jahr schon einen Marathon laufen. Wichtig ist, dass man dann halt auch wieder die Erholung gibt und dann nicht einfach auf dem Level bleibt und die ganze Zeit solche Distanzen läuft. Also, dass man dann wieder schnell zurück ist auf die dreimal Laufen pro Woche und langsam Laufen. Hast du das mitbekommen, dass ich glaube, es war letzten Sommer, ist der Andri Ragettl ist ja der beste Schweizer Freeskier im Moment. 100 Kilometer von Graubünden bis nach Zürich irgendwie gerannt. Und er ist ja auch nicht eigentlich ein Läufer, aber hat das trotzdem gemacht. Das fand ich recht crazy auch von ihm. Ja, eben wie gesagt, ich denke, man braucht eine gewisse Grundlage und dann ist vielleicht ein Ultralauf sogar einfacher physiologisch gesehen wie ein Marathon, weil man läuft nicht so schnell, man wechselt Laufen und Powerhiking ab, man hat mehr Abwechslung. Es ist Trail laufen und vielleicht nicht Straßen laufen. Das siehst du als Positives auf dem Trail? Das sehe ich als Positives und denke, es ist von dieser Perspektive aus nicht so eine große Belastung wie ein Marathon auf einer Betonstrasse. Daher denke ich, kann man das mal machen. Aber ich denke, eine Grundfitness und ich meine, der Andri Ragettli ist Sportler, er trainiert auch im Kraftbereich, er hat sicher so ein bisschen die strukturelle Ausgangslage, die es braucht, denke ich. Und das finde ich auch faszinierend, oder? Du sagst, dass auf dem Trail, wo du eigentlich Steine, Wurzeln hast, dass es besser ist für die Gelenke, für die Muskeln, weil der Boden weicher ist oder weil der Fuss vielleicht immer ein bisschen anders steht. Ich denke beides. Also Beton ist halt extrem brutal für den Körper. Das überträgt sich anders wie das natürliche Gelände. Und dann halt auch die Abwechslung für die Gelenke. Man muss immer wieder mal einen Schritt anders machen. Es braucht mehr Muskeln. Es braucht die Muskeln vielfältiger, sagen wir so. Und das macht es halt schonender für den Körper schlussendlich. Der Körper, der hat einfach nicht gern Monotonie. Das sehe ich selber auch. Also wenn ich zu monoton trainiere, dann verletze ich mich schneller, wie wenn ich Dinge halt abwechseln. Wie wichtig sind in diesem Zusammenhang die Schuhe, die du anhast? Man sieht ja oft diese Ultra-Running-Schuhe, das sind dann die mit diesen superdicken Sohlen. Dann ist das einfach, je dicker die Sohle, desto gesünder die Gelenke dann? Ich glaube, da gehen die Meinungen wirklich weit auseinander. Es gab ja auch mal so ein bisschen den Barfuß-Schuh-Trend, auch im Ultra-Bereich, wo man sagte, ja man muss barfuß laufen, das ist das Gesündeste. Man läuft dann korrekt. Ich denke, da muss man erst einmal auf den neigenen Körper hören und sehen, was am besten funktioniert für einen selbst. Dann aber auch, denke ich, ist vielleicht Schuhe rotieren und auch da Abwechslung sicher wichtig. Und dann halt grundsätzlich bin ich schon der Meinung, dass es vielleicht auch mal gut ist, wenn man jetzt wirklich viel läuft, dass man halt auch mal auf den Fussballplatz geht und auf den Rasen ein paar Kilometer barfuß macht. Vielleicht am Anfang auch nur einen Kilometer, einfach sehr langsam anfangen, um halt auch die Fussmuskulatur ein bisschen aufzutrainieren. Aber nicht unbedingt mit diesen Barfuß-Schuhen vielleicht in den Bergen rennen zu gehen? Nein, ja nicht. Das ist ja das Lustige. Also der erste Lauf in Kanada habe ich wirklich mit Barfuß-Schuhen gemacht. Also ich war dann totaler Beginner. Also diese 30 Kilometer. Ja, genau. Und meine Füße waren einfach zerstört. Also ja nicht mit Barfuß-Schuhen. Also es gibt Leute, die das machen, aber ich denke, die haben das echt, echt lange antrainiert. Und auch dann, ich sehe keinen Spitzenläufer mit Barfuß-Schuhen. Ich glaube nicht, dass man da vorne hineinlaufen kann. Da würde man sich die Füße kaputt schlagen. Was bist du für ein Schuh-Typ? Hast du auch solche dicken Sohlen, auch wenn du in den Bergen unterwegs bist und dann vielleicht ein bisschen weniger Stabilität hast, weil du weiter weg vom Boden bist? Ja, unterschiedlich. Also für so ein Ultra. Ich finde die bis jetzt nicht so technisch oder beziehungsweise die, die ich gelaufen bin, war nicht so technisch. Da nehme ich einen gepolsterten Schuh von Brooks. Ja, grundsätzlich denke ich, hilft das beim Abrollen. Und man hat dann halt mehr Dämpfung auf die Dauer, was schon die Muskeln schont. Im Training benutze ich aber andere Schuhe von Brooks. Eher so Low-Stack und mit weniger Dämpfung dazwischen. Ich denke, es braucht die Fussmaskulatur mehr. Man trainiert dann auch nur zwei Stunden, eine Stunde und ist dann auch schneller unterwegs, vielleicht mit leichteren Schuhen, gerade auch für Intervall-Trainings. Also es variiert ziemlich. Ja, also auch dort ist eigentlich Vielfalt für dich das Wichtigste. Ja, genau. Also der richtige Schuh für den richtigen Einsatzzweck schlussendlich. Ja. Und auch jetzt im Vergleich zum Marathon, könntest du dir vorstellen, dass vielleicht auch das Ultrarunning für Leute, die immer 100, 170 Kilometer Rennen laufen, vielleicht in den Bergen, dass die am Schluss mit 70 Gesünder dann unterwegs sind von den Gelenken her als klassische Marathonläufer. Also jetzt habe ich nicht. Also du hast gesagt, dass du beim klassischen Marathon, man hat immer die gleiche Bewegung eigentlich. Man hat eine Art von Schuh, die vielleicht nicht so viel Federung hat, dass man einfach möglichst schnell unterwegs sein kann. Und man hat nicht diese Abwechslung wie auf den verschiedenen Trails. Glaubst du, dass vielleicht ein Läufer, der aus der Ultrarunning-Szene kommt, dann mit 60 Jahren, 70 noch bessere oder gesündere Gelenke hat als ein Marathonläufer? Ich denke, das hängt wirklich mit dem Training zusammen. Also wenn man jetzt zum Beispiel die Kenianer als Beispiel nimmt, dann trainieren die ja wirklich nicht so viel auf dem Beton oder auf Straßen. Die trainieren halt auf Schotterstraßen oft. Und schlussendlich ist das Rennen auf Beton und vielleicht ein paar spezifische Trainings, aber der Rest ist dann halt auch auf anderem Gelände. Daher denke ich, hängt das wirklich ab, wie viel Volumen hat man dann schlussendlich auf welchem Gelände. Aber ich denke, wenn man das ganze Leben lang Beton läuft und das vergleicht vielleicht mit dem Trail, ich glaube, der Trailläufer hat vielleicht schlussendlich ausgewogene Muskulaturen oder ausgewogenere und braucht mehr Muskulaturen, die wichtig sind, schlussendlich auch im Alter. Und vom Schuhaufbau gab es ja auch vor ein paar Jahren diese neuen Nike-Schuhe, wo man so eine Carbon-Platte im Schuh hatte, der dann ein bisschen extra Energie durch, ich glaube, eine Federhebelwirkung zurückgegeben hat. Gibt es das im Ultrarunning-Bereich auch oder wäre es überhaupt erlaubt oder ist das verboten? Ich glaube, im Straßenlauf ist das jetzt verboten, diese Art von Schuhe. Also man hat ja noch immer Carbon im Straßenlauf. Man hat aber die Höhe, die Stack-Hide hinten limitiert. Im Trailrunning gibt es da noch keine Limitationen, soviel ich weiß. Ich weiß nicht, wie das bei der WM ist, ob das mit dem Straßenlauf übereinstimmt. Aber es ist jetzt so, dass die ersten Schuh-Companies eigentlich eine Carbon-Plate hineinstellen, in den Schuh hineinbauen. Und gerade auch beim UTMB kann man schon sehen, die ersten auf dem Podest, die hatten fast alle eine Carbon-Plate drin und auch ziemlich viel Absatz beim Schuh. Also ich persönlich bin der Meinung, dass es den Schritt verlängert, mehr Absatz oder beziehungsweise mehr Polster zwischendrin. Das bringt sicher was. Und die Carbon-Plate, ich denke gerade auch aufwärts, ist das schon ein Benefit, weil da wirkt das schon ein bisschen wie eine Feder, auch um den Flachen. Beim Trailrunning ist es halt so, dass man auch technisch läuft. Und da, denke ich, hat Carbon noch die Limitation, dass man halt ja nicht so flexibel ist im Schuh. Und ja, das könnte vielleicht auch gefährlich sein in technischen Stellen. Was würdest du einem Hobbyläufer empfehlen, wie er sich einen Schuh aussuchen soll? Einfach den Schuh, der am bequemsten ist? Oder lohnt es sich, sich professionell beraten zu lassen? Ja, es lohnt sich absolut, sich professionell beraten zu lassen, denke ich. Also wenn man das Geld und die Zeit hat, vielleicht in ein Motion Lab zu gehen und den Schritt professionell betrachten zu lassen, bringt was und dann halt den passenden Schuh dazu. Gerade jetzt auch beim Ultralaufen, denke ich, kann der Fuß alleine die Belastung gar nicht mehr halten. Das ist dann ein Gebiet, wo vielleicht auch Einlagen wirklich noch mehr Sinn machen, wie jetzt auf kurzen Strecken. Ja, ich denke, da ist eine professionelle Beratung sicher wichtig. Ist das auch etwas, was du benutzt, eigene Einlagen für deine Schuhe? Ja, ich habe bis jetzt so ein paar personalisierte, die ich anpassen lassen habe. Ich brauche die für gewisse Trainings, für andere nicht. Und ja, in den Rennen habe ich sie bis anhin noch nicht benutzt. Aber ich denke, in Zukunft ist das vielleicht auch ein Thema, weil ich habe tatsächlich festgestellt, wie meine Fußgröße variiert im Jahr. Heißt, mein Fuß ist je nachdem ein Zentimeter länger nach der Saison wie vor der Saison. Krass, weil der Bogen dann flacher wird. Ja, der fällt runter. Und momentan sind mir alle Schuhe zu groß, wirklich viel zu groß. Aber ich weiß, dann Ende Saison passen die oder Mitte Saison. Also ja, da ist halt, ich denke, auf diese Länge von Rennen ist die Muskulatur einfach nicht genügend. Und den Lieblingsschuh, den du dann hast, du findest einen Schuh, der für dich passt, den du auch beim Rennen verwenden möchtest, kaufst du oder du bist gesponsert oder nimmst du dann nochmals ein ganz neues Modell für den Lauf oder nimmst du das, mit dem du schon ein paar Monate gelaufen bist oder wo ist da der Sweet Spot? Also ich denke, das ist ziemlich abhängig vom Schuhmodell, wie hart die Zwischensohle ist. Ich laufe jetzt für die Rennen zum Beispiel den Brooks Caldera 6. Da weiß ich, dass die Sohle ziemlich lange hält, aber sie braucht auch mehr Einlaufen. Also ich laufe da vielleicht sogar 200 Kilometer drauf, bevor ich ein Rennen laufe damit. Und mit anderen Schuhen davor bin ich vielleicht kürzer gelaufen, bevor ich ihn am Rennen getragen habe. Spannend. Hey, Can, danke dir vielmals für diese mega spannende Episode, für all diese spannenden Dinge, die wir lernen durften heute. Wie können wir noch mehr von dir lernen? Wie können wir dir folgen? Ja, also ich bin auf jeden Fall auf Instagram aktiv, mal mehr, mal weniger. Da findet man mich auf can.ms und sonst auf Strava einfach den Namen eingeben, dann findet man mich. Ja, ich glaube, das sind so die zwei Orte, wo ich aktiv bin. Cool. Can, alles Gute für die Zukunft. Ja, danke dir für die Einladung. War cool. Ja, danke dir für die Zukunft.